Kapitel 1 von Aladin die Wunderlampe Dies ist eine Librovox-Aufnahme. Alle Librovox-Aufnahmen sind Lizenzfrauen in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei Librovox.org Aufgenommen von Elli. Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Kapitel 1 Kommt Kinder, faßt mich bei der Hand. Ich führe ich in das Morgenland und in sein Märchenparadies auf einem wohlbekannten Pfade. Vor langen, langen Jahren wies in die berühmte Scherassade, dem argen Sultan Scheraban, so daß der gräuliche Terran, weil ihre Kunst in bunten Bildern immer eine Zauberwelt zu schildern und widerstehlich ihm berauschte, vergessend Speis und Trank und Ruh, er volle tausend Nächte lauschte und eine weitere Nacht dazu. Von jenen köstlichen Geschichten, mit denen sie sein Orbit hört, will ich euch eine nun berichten. Seid also, Mucksmäuschen, still und hört. In einer Hauptstadt fern im Osten, so fern das nur mit viel Gefahr, und ungeheuren Reisekosten, und ihr zu nah an ihm stande war, jedoch so reich an Herrlichkeiten, daß niemand ihresgleichen sah. Dort lebte vor geraumen Zeiten ein Bürger namens Mustaphaar, mit seiner Frau und seinem Sohn. Sein Bruder war bei sich als Schneider, sein Handwerk aber trug ihm leider, trotz allem fleißen und magern Lohn, und knapp war drum bemessen, daß Mittag wie das Abendessen. Den Sohn, man hieß ihn Aladin, konnte nur mangelhafter ziehen. So war das dem ein rechter Fliegel, der gut tat nur so lange schlief, der schon frühmorgens in der Regel barfüßig auf die Gasse lief. Sich dort herumtrieb nach Belieben, mit anderen kleinen Tagedieben, und bis ihm durch ein Herr von Sternen, den Heimweg zeigen ließ die Nacht, auf jeden Unfug war bedacht, sich aber sträubte, was zu lernen. Der Vater hiebte an sich lahm, sah schließlich ein, mit solchem Rangen, sei nichts Gescheites anzufangen, und wurde krank und starb vor Kram. Der Burschen, fünfzehn Jahre alt, groß, schlank, fast männlich von Gestalt, statt auf die Hosen sich zu setzen, für seine Mutter Unterhalt, fuhr fort auf öffentlichen Plätzen, herumzulungen ohne Ziel, und seine Tage zu vergeuden in rohen Müßiggängerfreuden, in plumpen Spaß und wildem Spiel. Einst, als er in gewohnter Art sich raufte mit der Gassenjugend, merkte, dass eifrig nach ihm lugend, ein fremder Mann mit schwarzem Bart und afrikanischen Gewändern, im Schein beim Vorüberschlendern, sich näherte, der Fremde blieb, dicht vor ihm stehen und sprach, »Vergib, mein junger Freund, und lass mich wissen, wer ist dein Vater?« Aladin versetzte, schon längst hat ihn, das Todesraue Hand entrrissen, im Leben hieß er Mustafa, die hellen Tränen rollten da, den Fremdling über beide Wangen. »O Glück, dass ich, mein Sohn, dich treffe!« sprach er mit zeitlichem Empfangen. »Du bist ja mein geliebter Neffe, dein Vater war mein Bruderherz. Ich aber bin ununterbrochen, schon auf der Reise hundert Wochen, um ihn zu sehen, drum hat der Schmerz mich bei der Nachricht übermannt von seinem traurigen Geschicke. Habe ich doch gleich beim ersten Blicke dich an der Ähnlichkeit erkannt.« Drauf ließ er ihm die Mutter grüßen und zog ein Beutelchen heraus und gab ihm Geld. Auf raschen Füßen lief Aladin vergnügt nach Haus, um seiner Mutter klipp und klar den ganzen Handel zu erzählen. Die Mutter konnte ihm nicht verhehlen, wie sehr sie darauf verwundert war, mit rechten Dingen kaum geschah's, wo war der Ohr ihm hergekommen, da sie doch nie zuvor vernommen von einem Brudermuster faß. Doch weil das Geld gar lustig klang, zerbrach sie sich den Kopf nicht lang, und abends wollten beide grad von ihrem kargen Male naschen, als jener Mann mit vollen Flaschen und Früchten in die Stube trat, um selber sich zum Gast zu laden. Von Rührung überwältigt Schirr blickte er sich um, als wollte er hier von neuem sich in Tränen baden, und sagte, teure Schwägerin, »Wohl vierzig Jahre flossen hin, seit ich das Hemmandland verlassen, um ihn der fremde Fuß zu fassen, und dem erträumten Glück danach, den halben Erdkreis zu durchstreifen. Es lässt sich also gut begreifen, dass nie mein Bruder von mir sprach. Nun aber endlich heimgekehrt und trostlos, weil an seinem Herd ich ihn lebendig nicht mehr finde, den sehnsuchtsvoll ich suchte, Nun will ich wenigstens seinem Kinde, was ich vermag, zuliebe tun.« Zu aller Dinge wandt hierbei, begann der Freundlichen zu fragen, in welchem Handwerk er beschlagen, und welcher Zunft beflissen sei. Der Bursche schwieg verlegen still, die Mutter sprach betrübt, »Kein Handwerk hat er je geübt, weil er durchaus keines lernen will. Da hilft kein Wannen und kein Schelten. Ich glaube wahrlich, nur noch selten, dass es einen solchen Faulpelz gab. Er bringt mich an den Bettelstab, und nächstens weise ich ihm die Türe. Sein Vater würde sich im Grab umdrehen, wenn er davon erführe.« Der Fremdling mannte drauf den Jungen, im milden, väterlichen Ton. »Das ist nicht wohlgetan, mein Sohn. Doch treibt man etwas nur gezwungen, dann wird es leicht vor Geld. Berufe gibt es viel auf Erden, du musst nicht gerade ein Schneider werden. Und wenn kein Handwerk dir gefällt, so will ich gerne mich verpflichten, im feinsten städtischen Bazaare, der ein Laden einzurichten. Mit lirnen Zeugen, Zeidenware, kostbaren Teppichen und Stoffen, so dass Gewinn und neuer Kauf dir Wohlstand bringt. Gesteh mir offen. Wie nimmst du diesen Vorschlag auf?« Der Schlingel, ohne lang zu schwanken, erklärte schmutzend sich bereit. Die Mutter schwamm in Seligkeit. Hier sind tausendmal bedanken und zweifelte nicht länger dran. Der unbekannte Biedermann, der gleich ein ganzes Warenlager, dem Sohn zu schenken sicher bot, sei niemand anderes als ihr Schwager. Am nächsten Tag ums Morgenrot erschien der neue Ohrheim wieder, nahm seinen lieben Neffen mit, ging mit ihm zur Seite Schritt für Schritt in den Bazaaren auf und nieder, hielt an vor einem Kleiderstand und bat ihm aus dem dichten Schwalle, sich auszusuchen ein Gewand, das ihm besonders gut gefalle. Freigebig kaufte ihm dazu, durch Turbongürtel, Strümpf und Schuh, bis von dem Scheitel zu den Zehen einem Prinzen glich. »Du sollst nun alle Tage mich begleiten beim Spazieren gehen«, sprach sein Beschützer großmutvoll, »denn freien Blick und Welterfahrung braucht, wer ein Kaufmann werden soll. Dem Geist wird mühelos die Nahrung, geboten, die er bedarf, wenn klar das Auge sieht und scharf. Einsorgen wirst auf unseren Gängen die Bildung du wie Luft und Licht und läufst bei solchem Unterricht, niemals Gefahr, dich anzustrengen.« Gesagt, getan, sie gingen beide von jetzt ab täglich durch die Stadt, und Aladin in neuem Kleide, stolz für ihn Pfau, ward nimmer satt, sich wiesbegierig anzusehen, was ihm sein guter Urheim zeigte. Sie wanderten durch weitverzweigte Gewölbe, Hallen und Moscheen, betrachteten im schönsten Laden der Straßen emsiges Gewühl, die Brunnen daraus erquick, kühl, das Wasser schoß in Silberfäden, von hohen Palmen überschattet, und drangen durch ein Gittertor, wo freier Zutritt war gestattet, zum Prachtpalast des Sultans vor. Auch pilgerten sie manchen Tag, die Glieder doppelt rüstig regend, hinaus in die begrünte Gegend, bis fern die Stadt im Rücken lag, und zu den Gärten sie gelangten, drin im üppigen Gerank, die wundersamsten Blumen prangten, umspiel von Teichen spiegelblank. Nachdem auf solchen Wanderungen manch reizend fleckend sich dem Jungen erschlossen, führte sein Begleiter auf nie zuvor betretenen Pfad in eines Morgens weit und weiter, aufwärts und abwärts, krumm und grad. Bald war kein menschliches Wesen rings, und auch kein Haus mehr zu entdecken. Doch unaufhaltsam weiter ging's, schon türmte hinter Ölenstrecken, sich das Gebirge steile Mauer, das Tal von Felsen eingezwängt, war der Allgemeuch zur Schlucht verengt, und endlich, von des Marsches Dauer, erschöpft, hätte Alladin sich gerne zur Rücke wieder umgewandt. Sein Ohem aber sprach, Halt stand, ist unser Ziel doch nicht mehr ferne, noch ein paar Schritte durch das Tal, was ich so dann dir zeigen werde, das wirst auf der gesamten Erde, du nicht erspänt zum zweiten Mal. So setzten ihren Weg sie fort, und kamen bis zu einem Ort, denn riesenhafte Felsenwelle, allseitig scheinen zu verrammeln. Der Ohem rief, wir sind zur Stelle, er hieß in trockenes Reisig sammeln, schlug Feuer, das bald lustig sprühte, warf Räucherwerk aus einer Tüte, hinein und murmelte dann leise, sobald sich Qualm und Schwefelduft verbreiten in dichten Kreise, seltsame Formeln in die Luft. Da gab's ein Krachen und ein Beben, erstürzten Erd und Himmel ein, zu Tage trat ein Quaterstein, und in der Mitte dran zum Heben, ein Ring aus Eisen, Alladin, von Angst geschüttelnd, wollte fliehen. Der Ohem aber hieb sogleich, über einen solchen Backenstreich, das ihm der Kopf geriet ins Wackeln, und sprach, Mein Sohn, ich bin der jetzt, als zweiter Vater vorgesetzt. Kein Streuben duldig und kein Fackeln, gehorch mir, und du wirst erproben, wie sehr sich's freund an diesem Platz liegt ein für dich bestimmter Schatz, der, wenn du glücklich hingehoben, dich reicher macht als alle Reichen der ganzen Welt. Den Quaterstein darf niemand außer dir allein berühren, dir nur wird er weichen. Und richtig, als nach bangem Säumen der Bursch am Eisenringe zog, konnte er den Stein beiseite räumen, obwohl er hundert Zentner wog, und er gewartet runterstufen, nebst deiner Tür. In dieser Schacht zu steigen, bist nur du berufen, begann der Ohem. Drum gib acht auf alles, was ich nun dafür zu deinem Schutze dir anempfehle. Geöffnet findest du die Tür, sie führt in drei gewölbte Seele, in jedem stehen für große Becken, voll Gold und Silber, doch lass ab, die Hand nach innen auszustrecken. Schütze auch den Kleid und Gürt es knapp, denn streift es irgendwo die Wände, so musst du deinen Tod erwarten. An jenes dritten Saales Ende wird auftun sich dir ein Garten, Bepflanzt mit Bäumen mannigfalt, wenn jeder voll mit Frucht behangen. Geh nur grad aus, dann wirst du bald zu einer Treppe hingelangen. Ersteige sie getrost, sie mündet, auf eine stattliche Terrasse, in einer Nische angezündet, steht eine Lampe dort, die Fasse. Verlösch sie, gieß die Flüssigkeit, mitsamt dem Tocht heraus, verhülle sie sorgsam unter deinem Kleid und bring sie mir. Wenn dich die Fülle des Gartens etwa lockt zu pflück, auf deinem Weg hierher zurück, der von Früchten nach belieben, und nun zu deinem eigenen Glück, befolge, was ich dir vorgeschrieben. Er steckte noch für jeden Fall in einem Ring an seinen Finger, der war, der sich als Hilfe bringe, bewährend stets und überall. So stieg dann Aladin hinunter, die Seele fand er laut Bericht, berührte deren Wände nicht, kam in den Garten älterbunter, hinan die Treppen zur Terrasse, sanischend Lampe dort, für für, streng nach Geheiß, damit er nur, vom Auftrag keinen Punkt verpasse. Und kehrte nun er unterm Kleide, der Lampe sicher hielt verwahrt, zum Garten um, o Augenweide, den Früchten von verschiedener Art, trug leuchtend jeder Baum zur Schau, teils hell, teils dunkel, weiß und blau, rot, gelblich, violett und grün, und allesamt im bunten Scheine, durchsichtig wie von innerem Glühen. Es waren lauter Edelsteine. Da flammten, funkelten und brannten, türkise, perlendiamanten, smaragd, rubin, sophie und topaz, von gänzlich beispiellosen Werte, doch Aladin, der unbelehrte, hielt sie nur für gefärbtes Glas. Er hätte lieber von den Zweigen, sich süße Trauben oder Feigen, gepflückt, als Spielzeug aber war, der bunte Tand, ganz annehmbar. Drum nahm er sich von jeder Sorte, so viel er in die Taschen zwang, schritt die drei Seele sacht entlang und kam zurück zur Eingangspforte. Denn Ohrheim, der mit allen Zeichen der ungedulde Wache stand, bat er, zu Hilfe seiner Hand, beim Ausstieg aus dem Schauch zu reichen. Der aber rief im groben Befehlerton, die Lampe her, du sollst sie haben nach Begehr, sprach Aladin, sobald ich oben. Der Ohrheim schrie mit städter Steigerung, die Lampe, doch voll Eigensinn blieb Aladin bei seiner Weigerung. Wart bitte, bis ich oben bin. Des Ohrheims wudert ungeheuer, schnell goss er Räucherwerk ins Feuer, indem er eine Formel schnaubte, der Quader klappte drauf im Nu, dem Aladin grad überm Haufte, während des Kastens Deckel zu. Wer wird aus diesem Ohrheim klug, dem Bruder Mustafas, behüte, Verwandtschaft, Rührung, Herzensgüte, was Samt und Sonder slug und trug, ein Zauberer war's, nicht hier geboren, nein, fern in Afrika daheim, und hatte diesen Vogelleim aus gutem Grund sich auserkoren, nachdem er nämlich festgestellt, durch Zauberei, dass in der Welt es eine Wunderland begebe, die zu der höchsten Macht erhebe, ja, geisterfähig sei zu binden, hatte er in einem Zauberbuch nach manch vergeblichem Versuch den Ort entdeckt, wo sie zu finden, und so von Habke angefacht, flugs auf die Reise sich gemacht. Doch weil ich mein Gesetz verwehrte, selbst in das Schätzgewölb zu dringen, deswegen war vor allen Dingen ein Werkzeug auf der Fährte, das ihm dazu geeignet schien, sein Auge fiel auf Aladin, als einen unerfahrenen Knaben, für den ihm die Lampe teilgeschafft, und durch der Zauber voll mit Kraft, wollte er lebendig ihn begraben, damit er nichts davon verriete. Und nun, gescheitert war der Plan, die jahrelange Mühe vertan, statt des Gewinne seine Niete. Vorzeitig hatte er sein Zorn auf immer da den Wunderborn mitsamt der Lampe zugeregelt, und alle seine Kunst und List hätten ihn kein zweites Mal entzielt. So, mit sich selbst in A und Zwist, von Grimm gefoltert und von Scham, vermied er es, länger zu verweilen, und reiste weiter tausend Meilen dahin zurück, woher er kam. Ende von Kapitel 2 Gelesen von Elli Oktober 2011 Kapitel 3 von Alladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Wer schildert Alladins Entsetzen, als sich hilflos wie ein Fink in eines Vogelfängers netzen, verstrickt sah durch des Zauberers Wink, Vergebens, dass er laut und schrille nach dem vermeinten Ohem rief, mit Bleigewicht bedeckte Tief in Dunkelheit und Grabe stille. Vergebens, dass er in Furcht und Schauer zurück durch die drei Seele trieb, der Zugang zu dem Garten blieb, verschlossen wie durch eine Mauer, und nicht im Stand, sich zu befreien aus diesem schrecklichen Gefängnis, fing in verzweifelter Bedrängnis er an zu weinen und zu schreien, bis er endlich vor ein Kräft und Krank auf dem Boden niedersank. So nicht im Stand mehr sich zu regen, lag er begaren Speis und Trank und blickte seinem Tod entgegen, zwei Tage lang, zuletzt am dritten, als er die schwachen Hände hob, um Gottes Beistand zu erbitten, da er ganz und ungefähr verschob an seinem Finger sich der Ring, der vom Zauberer angesteckt war und dessen Kraft ihm noch verdeckt war. Bevor ein Augenblick verging, erhob auf einmal, fürchterlich, von Wuchs und Englitzung Gebärde, ein Geist sich vor ihm aus der Erde und sagte, »Was begehrst du? Sprich, dein Sklav bin ich und aller derer, die diesen Ring am Finger tragen.« Zwar viel verschreckt und schäumt sagen, dem Alladin das Sprechen schwerer, als je zuvor, doch nur bedacht, auf Rettung gab er schnell dem Geist, zur Antwort, »Wer du immer seist, hilf mir, sofern's in deiner Macht aus diesem schauerlichen Orte.« Gesprochen waren kaum die Worte, da fand er sich bei Tageshelle, nachdem er in Ruck verspürt, im Freien wieder an der Stelle, wohin der Zauberer ihn geführt. Doch zeigte sich kein Quader mehr und keine Tür zum Gruffgemäuer, nur vor mir losch ein Reisigfeuer, ein Häuflein Asche lag umher. Zwar froh, jedoch zum Sterben matt und halb verhungert suchtig gierig, er nach dem Hemmweg in die Stadt. Zum Glück war das nicht allzu schwierig, die Felsen halfen eng und dicht ihm auf den schmalen Pfad gelangen, den vor drei Tagen er begangen. Die Gärten kamen bald in Sicht und weit schon grüßten ihn voraus die wohlbekannten Türme und Dächer. Er schleppte, schwacher und immer schwächer, sich bis zu seiner Mutterhaus und schlug, sobald er es betreten, ohmächtig in der Stube hin. Die Mutter, die von Anbeginn die Zeit mit Weinen und mit Beten verbracht und ihn zuletzt beraubt, die hat wieder Hoffnung tot geglaubt, aufs Eifrigste bestrebt, ihn wieder zu sich selbst zu bringen. Er aber sagte kaum belebt, ach Mutter, hol vor allen Dingen mir was zu essen her, denn Fasten musste ich drei Tage ganz und gar. Sie gab ihm was im Hause wahr und warnt ihn, sich nicht zu überhasten, denn was man rasch hinunterwürge, das könne man nicht gut verdauen, und nur damit er verbürge, langsam und ordentlich zu kauen. Drum solle, während er bei Tisch, ihn keine Frage und Antwort quälen. Er möge eher nichts erzählen, als bis er gänzlich satt und frisch. Er folgte diesem guten Rat, indem er so nur stumm beschäftigt, dem Leib es wohl genüge tat. Aber dann, durch das Mal gekräftigt, beschrieb im Kleinen und im Großen er nach der Reihe ganz genau, was ihm inzwischen zugestoßen. Er wies, als ihm die wackere Frau nicht wollte glauben und darauf schwor, dass er geträumt an seinem Finger den Ring und zog die bunten Dinger, die vom Baum gepflückt hervor. Auch sie, weil nirgends noch dergleichen, sie je gewahrt und stets verkehrt, mit armen Leuten, nie mit reichen, verkarrte völlig deren Wert. Sie meinte zwar, dass ihr Besitzer sich an den farbigen Glitzer erfreuen könnte, doch dieses Lob erschien dem Sonne nicht beträchtlich, weshalb er sie beinahe verächtlich in irgendeine Lade schob. Die mitgebrachte Lampe kam nicht besser weg. Zu keinem Zwecke schien tauglich dieser Trödelkram, als um zu rosten in der Ecke. Zuletzt gestanden sich die zwei, die Schultern all dem Unheil trage, des falschen Ohr im Schurkerei. Denklerlich trat es nun zu Tage, dass Aladin von diesem Bösen, geweiht vor schnödem Untergang, und nur durch Zufall ihm gelang, sich lebend aus dem Garn zu lösen. Die Mutter ließ zu Schimpf und Schmach des Zauberers manchen Fluch erschallen. Doch wann, doch die, weil sie sprach, dem Sohn die Augen zugefallen? Er hatte ja zwei volle Nächte vom Schlafgemieden zugebracht, drum herrschte der schon vor der Nacht heute unbezwinglich seine Rechte. Halb zog, halb trug mit treuem Sorgen die Frau den Traumelten zu Bett, da lag er reglos wie ein Brett und schnachte bis zum späten Morgen. Kaum war er endlich wach, als auch sein Hunger wiederkehrte und nach dem Frühstück er begehrte. Doch seufzend rief die Mutter, ach, ich habe keinem Bissen Brot, denn alles, was ich noch besessen, das hast du gestern aufgegessen. Wie helfen wir uns aus der Not? Ich muss es wieder nähen und spinnen, bevor ich was verdienen kann. Nein, Mutter, sorgte ich nicht, begann, der Sohn nach einigen Besinnen. Für unseren heutigen Bedarf genügt es die Lampe zu verkaufen, die gestern ich beiseite warf. Ich will mit ihr zum Händler laufen. Die weggewies mir einen Groschen, dafür bezahlen oder zwei. Die Mutter holte sie herbei und sprach, ihr Glanz ist längst erloschen, auch ist von Staub und Rost und Schmutze, von oben sie bis unten voll. Wenn sie der Händler kaufen soll, ist's ratsam, dass ich erst sie putze. So nahm sie Wasser, denn und Sand. Kaum aber hatte sie zu scheuen, begonnen mit geübter Hand. Da stieg mit einer ungeheuren und grauenhaften Schreckgestalt, des Zimmers ganzen Raum erfüllend, ein Geist von ihr herauf, der brüllend, mit Markus schütternder Gewalt, sie anfuhr, was ist dein Begehr? Um dir zu dienen, komm ich her. Gehorchen muss sich jeder Mann, der diese Lampe hält, in Händen. Allein bevor er Zeit gewann, um seine Rede zu vollenden, fiel, außerstand sich zu bemeistern, die Mutter um und rang nach Luft. Doch aller, die in deinem Tag ruft, gelernt, wenn man mit solchen Geistern verfährt, ergriff die Lampe schnell und säumte nicht ihm zu befehlen, ein gutes Vorstieg schafft zur Stell. Der Geist verschwand, nicht drei zu zählen, form auch der Mann der Kammer wieder, mit einer großen Silberplatte und setzte sie behutsam nieder. Was irgend man zu wünschen hatte, das bot sich drauf in Fülle da. Zwölf Silberschüsseln, drin ein feines und reiches Mahl enthalten war, zwei Flaschen voll erlesenen Weines, vier Brote von dem besten Mehl, kurzum, ein Frühstück ohne Fehl. Die Mutter lag in Ohnmacht noch, wie sich der Geist bereits empfohlen, und konnte es langsam sich erholen, indem den würzigen Duft sie roch. Der Sohn erfasste sie beim Arm und drängte sie, den guten Speisen, geziemend Ehre zu erweisen, denn ewig bleiben sie nicht warm. Sie sprach, verblüfft in höchstem Grade, woher denn dieser Überfluss? Zeigt uns der Sultan seine Gnade? Traf Aladin, zuerst Genuss, Erklärungen dann hintendrein, und unbedenklich hieb er ein. Die Mutter, vor erstaunen wir, betrachtete bei jeder Pause die Stadt von zwischen ihrem Schmause das schöne silberne Geschirr, und als die Zweige sättigt lag, noch ganz genug in jeder Schüssel für diesen und den nächsten Tag. Sie fragte wieder nach dem Schlüssel zu diesem seltsamen Erlebnis, und als der Sohn ihr Wahrheitstreu geschildert hatte das Begebnis, versetzte sie voll banger Scheu. Mit Geistern ist nicht gut zu scherzen, drum folg mir, wirf die Lampe fort, und nimm den Druck von meinem Herzen. Nein, rief er, einen solchen Hort soll, wer ihn einmal hat, behüten. Nun ist, was ich erst nicht begriff, mir klar, des falschen Ohr im Skniff, sowie der Grund von seinem Wüten. Durchaus die Lampe wollte er haben, weil sie versehen mit Wunder gaben, und jetzt mit Recht gehört sie mir. Ich will sie bergen, zwar und schützen, vor unserer Nachbar Neid und Kier. Im Notfall aber sie benutzen, sie und den Ring an meiner Hand. Vertrauen darf ich meinem Glück, weil diese Schurken-Arge-Tücke sich so zum Guten hat gewandt. Ende von Kapitel 3 Gelesen von Dezember Dezember Kapitel 4 Von Alladin die Wunderlampe Einmal geht alles auf die Neige, hält man damit auch Spaß am Haus, und aus der Hunger dauernd schweige, bewirkt kein noch so fetter Schmaus. Die Schüsseln wurden also leer, und Alladin dem unterm Gurte bereits der Magen wieder knurrte, nahm von den Zwölfen eine her, und trug in seines Mantels Falten, sie heimlich, um sie feil zu halten, zum Trödler in der nächsten Gasse. Doch als der höchstverschmitzte Kreis die Frage tat, um welchen Preis er ihm die Schüssel überlasse, gestand ihm allerdings er ehrlich, wie viel sie wert, sie wissen nicht. Der alte Gauner, der begehrlich, geprüfte stattliches Gewicht, und merkte, dass der Junge fand, von seinem Schatze nichts verstand, gab ihm, damit nicht vorm Verkauf etwas noch davon erfahre, geschwind ein Goldschick für die Ware. Mit diesem flog im unterem Lauf des Vorteils Frode immer wuchs, der Bursch zum Bäcker und zum Schlechter, dieweil ihm jener schlaue Fuchs nachsah mit leisem Hungelächter. In solcher Art allmählich ließ elf Schüsseln eine nach der anderen, wenn ihn die Not von neuem stieß, nichtsahnend er zum Trödler wandern. Nun kam ihm bei dem nächsten Fall zu sehen, die Platte loszuschlagen, nur konnte die nicht selber tragen, war viel zu schwer durch ihr Metall, so bat er, weil er noch nicht klüger geworden, jenen Schelm ins Haus, und schleunig zahlte der Betrüger Goldschicker Zehen dafür ihm aus. Die zwölfte Schüssel blieb zurück, nachdem das schöne Geld zerflossen, wollte er zum Trödler kurz entschlossen, verschleppen auch das letzte Stück. Doch mitten auf dem Wege trat ein Goldsch mit freundlichem entgegen, und sagte, nicht der Neuge wiegen, frage ich, warum den gleichen Pfad, ich oft mein Sohn dich warnen sehe, hier wohnt ein Trödler in der Nähe, hast du mit dem dich eingelassen, dann sei gewarnt und zieh dich vor, denn jeden haut er übers Ohr, ich will mich gern damit befassen, zu schätzen, was dir etwa feilt, und nimmer wurdest du betrogen. Der Bursche hatte mittlerweile die Schüssel aus dem Gleit gezogen, die sah der Goldsch mit ohne Worte von allen Seiten lang sich an, mit Kennerblick und fragte dann, ob er schon andere dieser Sorte veräußert habe und für wie viel. Ein Goldstück hatte mir gegeben, sprach Aladin, Bei meinem Leben, der Spitzwub kennt nicht maß noch Ziel, versetzte jene volle Empörung, mein Sohn, du warst nicht auf der Hut, und hast in gründlicher Betörung, verschleudert ein beträchtlich gut, für solche Schüssel sondergleichen in Goldstück, oder Ungebühr, denn 68 will dafür ich auf dem Fleck dir überreichen. Von diesem Tag an war das Daben für Sohn und Mutter abgestellt, und übermalt mit Rosenfarben schien sie zuvor so graue Welt, wenn ihre Barschaft nicht mehr langte, ließ Aladin der Geisterlampe, ob auch der Mutter vor ihm bangte, erscheinen und gebot ihm dreist, ein neues Frühstück anzurichten, pünktlich vollzog er seine Pflichten. Die Silberschüsseln und die Platten brachte er herauf, so oft es Zeit war, zum Goldschmidt hin, der stets bereit war, den vollen Preis ihm zu erstatten. Fortan trug er es ihnen leicht, bequem zu leben und behaglich. Doch weil es leider niemals fraglich, dass Missgunsts in dem Glück geschleicht, und man sich hüten muss, verneidern, vermieden sie trotz gutem Trunk und gutem Essen jeden Prunk in ihrem Haus und ihren Kleidern, und hüllten hinter sichrem Schloss der durchgeheimen goldenen Bronnen, der ihnen unversiegbar floss. Vier Jahre waren so verronnen, zu einem schmucken, jungen Manne, vor alledin herangereist, grad und schlank wie eine Tanne, in winzig Bärtchen zack geschweift, spross über seinem Lippenrand, und niemand hätte mehr den Lümmel, der einst in müßigem Getümmel die Zeit vertan in ihm erkannt. Sein Blick war jetzt nicht mehr getrübt, von Trägheit, seine Geisteskräfte, durch ernsten Umgang eingeübt auf die verschiedensten Geschäfte. Der Menschen treiben insgesamt, ihr Wirken, Trachten, Fürchten, Hoffen, in jedem Handwerk, jedem Amt, lag wie ein Buch nun vor ihm offen. Er hatte viel Verkehr gepflegt, in Wechselstorben Kaufmanns Läden, und sich in seinem Tun und Reden ein vorn im Wesen zugelegt. Jetzt war dem auch von selber kund, was einst nicht gewagt zu träumen, dass all die Früchte feurig bunt, kein farbiges Glas, wie er gedacht, vielmehr die köstlichsten Juwelen. Er nahm sich aber wohl in Acht, aus Furcht, man könnte ihn drum bestellen, es irgendjemand zu erzählen. Der Mutter selbst verschwieg er streng. Doch wandelnd eines Tags die Straßen, vernahm er ungewohntermaßen, ein Lautbombum und Schmetterreng, zum Schall der Pauken und Trompeten, rief öffentlich ein Herold aus, und möge schließen jedes Haus, nicht die Straßen mehr betreten. Prinzessin Petrol-Budur nämlich, der Sultans Tochter wollte heute, zum Bade gehen, und zwar bequemlich, gesichert vom Gegaff der Leute. Weil Neugier doppelt heftig lot, wenn ihr begegnet ein Verbot, hat also gleich doch dies Verfahren in aller, die in der Wunsch erweckt, die Sultans Tochter unbedeckt, von ihren Schleiern zu gewahren. Er schlichte es halb auf leichten Sohlen, zur Tür des Bades katzenhaft, und kauerte es so dann verstohlen, sich hinter einer Säule schafft. Er hatte noch nicht lang geharrt, als schon mit einem großen Staate von Frauen die Prinzessin nahte. Sie nahm von seiner Gegenwart nichtsmerkend, gänzlich unbefangen im Vorraum ihren Schleier ab, und Aladin drei Schritte knapp, entfernt vom Ochte nach Verlangen, er anglitz, hülllos zu schauen. War auch die Mutter ausgenommen, bisher von unvermunden Frauen und keine zu Gesicht gekommen, so war mit einem Schlag ihm klar, dass diese hier die schönste war. Herab in reicher Lockenflut floss ihr Kastanienbraunes Haar, auf ihre Augen dunkle Glut, ihr Blick war sitzam und voll Güte, die Wangen sanft gerundet weich, und rosa-rot Pfirsichblüte, die lebten zwei Korallen gleich. Er wuchs und gang war ohne Tadel, und ihre liebliche Gestalt verriet den Reizen tausendfalt, vollzähligkeit vereint mit Adel. Kein Wunder drum, dass Aladin, nachdem wie Herrliche verschwunden, noch immer da wie festgebunden und wie verzaubert sich erschien. Obwohl er statt zu Stein und Erz, er sich zu rühren nicht vermochte, konnte er empfinden, wie sein Herz in seiner Brust vernehmlich pochte. Sogar als er zuletzt gewaltsam, sich loszureißen war gewillt, verfolgte dennoch unaufhaltsam ihn auf dem Weg nach Haus ihr Bild. Denn Mutter war es ein leichtes Ding, sein ganz und gar verändert Wesen, gleich von der Stirn ihm abzulesen. Sie wunderte sich drob und fing, ihn auszuforschen an, warum er so zerstreut, verstört und stumm, ob ihm vielleicht zu Kopf gestiegen, ein Streit, ein Ärger, ein Verdruss, doch er, wie eine harte Nuss, blieb unzugänglich und verschwiegen. Auch als am Abend auf dem Tisch für ein braungebrannter Hase getragen ward und in die Nase, der Duft im Trang verführerisch, schob er, der immer seinen Mann, gestanden, sonst als guter Esser, ihn weckte Gabel und das Messer und rührte keinen Bissen an. Da merkte sie, dass an dem Torn heute jedes Mittel war verloren und beide schwiegen um die Wette. Er träumte Wachen, seufzte tief und ging zu guter Letzt zu Bette, doch fraglich ist es, ob er schlief. Ende von Kapitel 4 Gelesen von Elli Jänner 2012 Kapitel 5 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Am Morgen drauf am Spinnrath schon saß die besorgte Frau voll drüber, Gedanken trat herein ihr Sohn und setzte sich ihr gegenüber. Ach, Mutter, hobe an, vergib, mir mein geistrieres Betragen. Verzeih mir, daß auf deine Fragen ich dir die Antwort schuldig blieb. Doch wenn du's mir mit Recht verübelt, heute will ich offen dir geschehen, ich kann, soviel ich nachgegrübelt, nicht fassen, was mit mir geschehen. Ich bin nicht krank, und dennoch lieber hätte ich den ersten Schmerz gefühlt, als dieses rätselhafte Fieber, das mir im Inneren tobt und wühlt. Mit Namen weiß ich's nicht zu nennen und weiß auch nicht, wie man's behebt. Du aber wirst's gewiß erkennen, wenn du vernimmst, was ich erlebt. Drauf gab ihr genaue Kunde, wie gestern bei dem Badegang der Sultanstochter ihm gelang, er anklitz aus dem Hintergrunde, befreit vom Schleier zu erblicken, und wie dies Bild seit jener Stunde sein Herz an unsichtbaren Stricken hinziehe zu der schönen Fee. Kurzum, so schloss es eine Schildrung, kein Zweifel für mein tödlich Weh, gibt's keine Hilfe, keine Mildrung. Es wäre denn, daß unverweilt, sie selbst, ja wohl, sie selbst mich heilt, von allen Nöten und Beschwerden. Gefasst somit ist mein Entschluss, Prinzessin Petrol-Budur muß auf immer da die meine werden. Die Mutter, die von ihrem Spinnen ablassend eifrig zugehört, rief lachend aus, bist du von Sinnen, ja, bist so völlig du betört, an solch unmögliches Beginnen denkt nur ein ausgemachter Nah. Nein, Muttersprache, nein, du irrst, zwar wußte ich, daß du lachen wirst, doch mein Entschluss ist fest und starr, und ob du zehnmal sagst den Glitten, sei mir mein sämtlicher Verstand, es bleibt dabei, den Sultan bitten, wenn ich um seine Tochter hand. Mein Sohn begann die Mutter ernst, damit du recht erwägen lernst, wie Kindesteine reden sind, antworte mir, er soll es wagen, ihm diese Bitte vorzuschlagen. Du selbst, rief Alladin geschwind. Ich, Gott behüte mich davor, schon der Gedanke macht mich beben, wie dürftest du das Auge erheben, zu einem Sultanskind empor. Hast du vergessen, daß dein Schneider bescheidenen Ranges den Vater war, all deine Ahnenhunger leider, und ist, so frage ich nicht sogar, für unseres Herrschers Schwiegersohn, den Prinz noch von Zunidram stande, falls er in seinem Heimatlande nicht Aussicht hat auf einen Thron. Sie predigte nur Taubenohren, nenn's Wahnwitz, nenn es Eigensinn, ich habe es mir einmal geschworen, und nicht so schüttert mich darin. Solange mich des Himmelsbau nicht krachend unter seinen Lasten begräbt, werd ich nicht ruhen und rasten, bist die Prinzessin meine Frau. Ja, wenn du mich nicht elend sterben, willst sie ihn bereits am heutigen Tag, dann musst du, kostes was es mag, in meinem Namen um sie werben. Die Mutter wurde höchst verlegen, denn zum Verzicht auf seinen Plan, durch Überredung zu bewegen, schien hoffnungslos in solchem Wahn. Nochmals versuchte sie's mit Güte. Gott weiß, was für mein armes Teil ich alle Zeit mich um den Heil mit meiner ganzen Kraft bemühte. Für dich vollbrech die schlimmsten Falles die schwerste Tat aus eigenem Trieb, denn weil ich ihrem Kind so lieb, tut deine gute Mutter freudig alles. Ja, wenn dem Mädchen dir gefiele, zuvor ihm weder noch zu reich, nicht säumenwürdig, sondern gleich, dir ebnen deinen Weg zum Ziele, in deinen Namen um sie freien, und meinen Segen dir verleihen. Doch nimm nur an von ungefähr, dass ich dir deinen Willen täte, verwegen vor den Sultan trete, mit solch fräfelndem Begehr. Wird überhaupt dich vorgelassen, mit Augenblick ich nach Gebühr, nicht einer mich beim Arme fassen, und mich befördern vor die Tür. Nimm aber an, dass mir's gelänge, doch all der bittenden Gedränge, dem Sultan selber mich zu nahen, und er, der gnädig ist für jeden, weiß auch sein letzter Untertan, gestattete mir, frei zu reden. Wie dem begründ' ich dein Gesuch? Welchen Verdienst ist dir zu eigen? Kann ich auf deinen Namen zeigen, in irgendeinem Ehrenbuch? Kannst du durch eine seltene Leistung, durch eine vielgerühmte Kunst, nach sich verschaffende Erdreistung, zu flehen um diese Gunst? Und sei nach dessen ein Gedenk, dass man vom Sultan darf erscheinen, nicht ohne kostbares Geschenk. Du selber wirst wohl kaum vermeinen, es finde sich in deiner Habe, ein Kleinod von so herrem Glanz, das ich es bitten könnte als Gabe, dem größten Herrn des Morgenlands. Ei, gerade wenn ich dies bedenke, versetzte ruhig Aladin, dann wird mir neue Mut verliehen. Ich hätte nichts, was zum Geschenke, für einen Sultan gut genug. Entsinn dich doch der hübschen Sachen, die dazumal ich bei mir trug, als ich der Höhle finstrem Rachen in Tronnen war mit heiler Haut, und die mein Mangel an Erfahrung für bunte Gläser angeschaut. Längst aber war mir Offenbarung, lernt dich doch von den Juwelieren, den Unterschitzischen falsch und echt. Juwelen sind es nicht so schlecht, um eine Krone zu verzieren, doch außerlesene Farbe und Art, die werden, kann ich dir versprechen, dem Sultan, wenn er sie gewahrt, gewaltig in die Augen stechen, sodass sie überfließt von Gnade. Die Zauberfrüchte kurz und gut nahm insgesamt da aus der Lade, worin bis heute sie geruht, und ordnete sie mit Bedacht in einer schönen alten Vase, die seine Mutter eine Base ernst zum Geburtstag überbracht. Ja, freilich, von gemeinem Glase kam dies lauter Feuer nicht, das nur mit stärkerem Gefunkel sie blendete bei Tageslicht, als in des Abends halben Dunkel. Nachdem an dem erhabenen Schimmer die beiden lange sich geletzt, nahm Aladin das Wort, was jetzt? Sag, Mutter, zweifelst du noch immer, dass mein Geschenk der Sultan schätzt, du wirst, soweit dich im Palast, mit dieser Gabe gut empfangen, sprich, welchen Einwand du noch hast, um mir zu weigern, mein Verlangen. Zwar konnte sie nicht überzeugen, doch weil er wild und wilder bat, so wusste sie sich keinen Rat, als widerstrebend, sich zu beugen. Wollah, mein Sohn, weil du's verlangst, will ich das Wagnis auf mich nehmen, will trotzdem meiner Herzensangst mich zu dem schweren Gang bequemen. Nur gib mir nicht die Schuld und später daraus entquill den Unglücksborn und werden uns in gerechten Zorn der Fürst bestraft als Missetäter. Warum denn gleich das ärgste Glauben, erwiderte der Sohn ihr heiter, und sollte wirklich zu einen schnauben, dann hilft gewiss mein Glück mir weiter. Die Lampe, die nun schon seit Jahren auf Wunsch uns üppig trinkt und speist, wird mir auch künftig in Gefahren als Beistand senden ihren Geist. So wußte sie überaus gewarnt, auch ihren letzten Widerstand mit Gründen aller Art zu brechen, und sie erklärte sich bereit, beim Sultan Morgen vorzusprechen, wenn es im Bereich der Möglichkeit. Ende von Kapitel 5 Geläst von Elli Jänner 2012 Kapitel 6 Von Aladin Die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 6 Verlotte Ungeduld erweckte bereits vor Tag bei dem Marschein der Sohn die Mutter und sie steckte sich in ihr Feierkleid hinein. Die Vase bis zum Rand gefüllt mit den Juwelen war den Linnen von ihr behutsam eingehüllt. Ein feines weißes Tuch für innen, ein gröbres Holz überzug, so dass, nachdem sie die vier Enden verknotet mit geschickten Händen, sie das Geschenk als Bündel trug. Sie machte dergestalt beklommen, nach dem Palast sich auf den Weg, und gerade, als sie dort angekommen, war der aufgetannte Zeugeheg. Es ging hinein der Großvisier mit anderen hohen Würdenträgern, Lakaien, Reisigen und Jägern. Dahinter drängten Zalloschir in dichtem Schwarm sich all die Leute, die bei des Herrschers Divan heute darauf rechneten, der Huld von oben abzugewinnen einen Strahl. So, gehend halb und halb geschoben, kam sie zum weiten Lichtensaal, worin der Divan ward gehalten. Dort saß der Sultan in Person, umwogt von seines Puppers Falten, ihr gegenüber auf dem Thron. Der Großvisier an seiner Seite, so dann gewärtigt seine Sphinx, ein äußerst stattliches Geleite von Staatsbeamten rechts und links. Wer nun der Reihe nachgerufen, herantrat an das Throne Stufen, der legte seine Bittschrift nieder, sprach zur Begründung einen Satz, er hielt Bescheid und musste ihn wieder, dem nächsten Räumen seinen Platz. Die Mutter ward noch lang nicht dran, doch ehe sie sich reich besann, verstrich der Stivans kurze Stunde. Der Fürst stand auf, entließ die Zahl der Haarenden und schritt den Bunde mit seinem Hofstaat aus dem Saal. Der Schwarm verlief sich, und sie ging, der weiteres Bemühen vergeblich, nach Haus, wo sie der Sohn erheblich, enttäuscht und missgestimmt empfing. Sein Unmut blieb er nicht verborgen, doch fühlte sie sich frei von Schuld, er meinte sanften Zugeduld, und gab ihr Wort, sie werde morgen von neuem hingehen, welche Qual. Der arme Junge saß auf Kohlen, denn fruchtlos musste siebenmal sie den Versuch noch wiederholen. Stets mit nämlichem Verlauf, sie kam und sah den Sultan drohnen, rechtsprechend warnen und belohnen, und immer wieder brach er auf, bevor er in ihr die Reihe war. So hätte wohl unabwendlich sie Tag für Tag ein volles Jahr gewartet, wäre sie nicht endlich dem Blick des Herrschers aufgefallen, weil ohne Bitschrift in der Hand sie stets als hinterster von allem dem Thron grad gegenüber stand. Drum, als der Diewan war beendet, am siebten Tag, und er sich eben in sein Gemach zurückbegeben, sprach er zum Großväsir gewendet. Geräume Zeit bemerk ich schon, wie täglich, wenn ich Sitzung halte, sich gegenüber meinem Thron, erwartend aufstellt, eine alte, sie trägt was in ein Tuch geschlagen und steht so bis zum Schlusse still. Kannst du mal künden, was sie will? Vermutlich will sie sich beklagen, erwiderte der Großväsir. Du weißt ja, Herr, wie häufig Frauen, ein unbedeutend Leid von dir, mit großem Watsch, wohl wiederkauen. Vielleicht hat man zu wenig Mehl auf dem Markt dazu gewogen, vielleicht bin wechseln sie betrogen. Der Sultan gab ihm drauf Befehl, sie nächstes Mal ihm fortzuführen. Und richtig, tags darauf sofort, nachdem man aufgetan die Türen, stand sie beharrlich wieder dort. Der Sultan winkte vor Beginn, der Sitzung, als er sie erblickte, dem Großväsir und dieser nickte, zum obersten der Wache hin. Da gab der Mutter Flux ein Zeichen, mit ihm zu gehen, gebot so dann, den Vorderen vor ihr zu weichen, und brachte sie zum Thron heran. Dort warf sie sich, weil dies gebührend, erschien nach allgemeinem Brauch, vor dem Sultan nieder auf den Bauch, den Boden mit der Stirn berührend. Doch er befahl ihr aufzustehen, und sagte, »Gute Frau tagtäglich, habe ich seither dich unbeweglich, nahe dem Eingang Hahn sehen. Was ist es, sprich, was du begehrst?« Sie warf sich nochmals niedererst, und hauchte vor Erregung heiser, bevor erhabener Herr und Kaiser, den Anlass du von mir erfährst, der mich bewog zu diesem Schritte. »Vernimm die demutsvolle Bitte, dass mein unglaubliches Verlangen du gnädig im Voraus verzeihst, denn ich vergehe fast verbangen, erscheint jedoch mein Unterfangen sogar mir selbst allzu dreist.« Der Sultan, um mir Mut zu machen, ließ augenblicks den ganzen Hauf des Volkes entfernen durch die Wachen, und forderte den Hofstaat auf, ihn mit der Frau allein zu lassen. Zurück blieb nur der Großvisier. »Du darfst«, so sprach er dann zu ihr, »Nur mehr getrost ein Herz dir fassen, was immer dein Begehren sei, dir ist zuweg mein Wort zum Pfande vergeben, also rede frei.« Dann lösten sich die Zungenbande der Mutter, ohne weiterer Scheu berichtete sie wahrheitstreu, durch welch geheimes Abenteuer sich seiner Tochter Aladin es ungenaht, wie heftig ihn, seitdem verzehre wildes Feuer, wie redlich sie sich unterdessen in Abzug kühlen angestrengt, doch wie von Leidenschaft besessen er sie zu diesem Gang gedrängt. Nur seiner Drohung, dass er sterbe, wenn nicht um deren Hand sie werbe, die doch für wahr mit ihm verglichen, nicht minder unerreichbar fern, als am firmamenten Stern, sei schließlich zu ihr ganzes Gewichen. Der Sultan keineswegs empört, noch spöttisch äußerte die Frage, nachdem er ruhig zugehört, was in dem Tuch für Hülse trage. Sogleich entnahm sie wunschgemäß den Bündel des Geschenk des Sohnes und stellte vor dem Fuß des Thrones das vollbeladene Gefäß. Der Herrscher von dem Mundenscheine geblendet, wehnte sich im Traum und traute seinen Augen kaum beim Anblick aller Edelsteine. So groß und prächtig wie noch keine Zeit seines Lebens hergeschaut, und in Betrachtung ganz versunken, sei sein Weilchen ohne Laut. Dann rief er freudetrunken, wie schön, wie köstlich, wie vollendet, nahm jeden Einzelnen in die Hand und sprach zum Großvisier gewendet. Sag, ob in meinem ganzen Land, in allen Ländern dieser Erde, man je etwas gleich Vollkommenes fand. Mit Beifallspendender Gebärde gab dies der Großvisier ihm zu, worauf er fortfuhr. Möchtest du behaupten, dass ich einem Mann, der solcherlei Vermacht zu schenken, nicht ohne mich lang zu bedenken, zum Schwiegersohn erwähnen kann? Der Großvisier war sehr betroffen von diesem Wort. Seit Jahren schon ließ nämlich ihn der Sultan hoffen, er werde seinen eigenen Sohn mit der Prinzessin Ernst vermüllen. Er sagte drum ins Ohr ihm leise, »Ja, Herr, ich kann es nicht verhielen, dass dies Geschenk von höchstem Preise der Sultans Tochter würdig ist. Doch gönne mir drei Monate Frist. Mein Sohn, den formelst du zum Gatten, ja, zu bestimmen hast, beehrt, stellt sicher dies Geschenk in Schatten, doch eins von doppelt reichen Wert.« Das schien dem Sultan eine Flause, doch gab er seine Bitte nach, weil er sein Günstling war und sprach, zur Mutter freundlich, »Geh nach Hause, zu deinem Sohn und melde ihm dies. Den Antrag, den er stellte, wies, ich nicht zurück. Drei Monate sind, von Nöten aber, ihr zum Gatten, ich jemand gebe, meinem Kind, um sie gezimmend auszustatten. Nach Ablauf dieser Zeit, komm wieder. Die Mutter ging nach Haus zurück, und diesmal behebten ihre Glieder, nicht vor Verzagtheit, nein, vor Glück. Ende von Kapitel 6 Gelesen von Elli April 2012 Kapitel 7 Wer könnte wohl in Worte fassen, wie selig unser junger Held, nachdem die Mutter ihn bestellt, was ihm der Sultan melden lassen? Oh, wonne, dass nach langem Dürsten, nach vielen Nächten ohne Schlaf, die Botschaft aus dem Mund des Fürsten, sein künstliches Hoffnung übertraf. Er tanzte rundherum im Zimmer, schwor in den vorigsten Ergüssen, der Mutter Dankbarkeit auf immer, und überhäufte sie mit Küssen. Drei volle Monate waren freilich, als vorgeschriebene Wartezeit, für seine Sehnsucht endlos weit. Es war darum gewiss verzeihlich, dass sie ihn des Ziels Erwartung quälte, und er beständig nach der Uhr, nicht Wochen, Tage, Stunden nur, vielmehr auch die Minuten zählte. Zwei Monate waren abgelaufen, als er uns morgens ahnungslos die Mutter sich, um was zu kaufen, zum Markt begab. In Lautgetöse, der Fröhlichkeit scholl ihr entgegen, als wie ein Fest herangerückt, wie Blumengrenzen aller Wegen, war er eilig Haus für Haus geschmückt. Und Lämpchen wurden hundertfach hinaufgereicht auf hohe Leitern, für Brachbeleuchtung auf dem Dach. Die Straßen wirmelten von Reitern, auf edlen, reichgezehrten Pferden, und alt und junger aufgeputzt. Die Mutter, ganz und gar vertutzt, vermochte draußen nicht klug zu werden. Sie fragte drum, den ersten Besten, weshalb denn heute jeder Mann, sich rüßte wie zu großen Festen. Der gab zur Antwort, schau mal an, das weißt du nicht, Eiders erzählt sich, die hat auch die ganze Stadt erfreut. Dem Sohn des Großviziers vermüllt sich, Prinzessin Pithulbudur heut. Die Gute flog bestürzt nach Haus, und rief dem Sohn, der sich zur Stelle befand, entgegen auf der Schwelle. Ach, Ermster, nun ist alles aus, den Sultan hat's in Wort geräut, denn im Palast ist Hochzeit heut. Dort wird mit feierlichem Brunke, der Sohn des Großviziers getraut, und die Prinzessin ist die Braut. Als ob des Blitzes je erfunke, durchzog er seines Lebens mag, empfand sich allerdings er schmettert, blieb standhaft aber dochernstark, und als verzweifelnd er durchblättert, Seite für Seite sein Gedächtnis, nach Mitteln gegen diese Pein, fiel ihm des falschen Freunds Vermächtnis, die Wunderlampe wieder ein. Zur Muttersprache drauf entschieden, der Hochzeit setze ich einen Damm, lass schauen, wer heute mehr zufrieden, ich oder dieser Bräutigam. Er tat, was ihm bereits geläufig, in seine Kammer eingeschlossen, rieb er die Lampe, wie schon häufig, und aus dem Boden aufgeschossen, erschien da geistlich einem Riesen, ihn fragend, was ist dein Geheiß? Traf, Aladin, du hast mit Fleiß mir öfters Dienst bei dich erwiesen, bei Wünschen, die gering und nichtig. Das Werk jedoch, das ich dir nun befehlen will, für mich zu tun, ist über allermassen wichtig. Du sollst mir meine Qualen lindern, und drum als unsichtbarer Gast die Hochzeit, die heute im Palast gefeiert werden soll, verhindern. Begib dich hin, vom Wind getragen, er greift den Bräutigam beim Kragen, entführe ihn ein, verstecke ihn, sperr dort fest ihn ein, und lass verborgen ihn schmachten bis zum nächsten Morgen. Der Geist versetzte fügsam, Herr, wie du befühlst, und war verschwunden. Am Hofe war mit aller Kraft, inzwischen seit den frühesten Stunden, für die Vermählung vorgeschafft. Mit einem war auf Beispiellosen, und noch nicht da gewesenen Glanz, war der Palast verwandelt ganz, in einen duftigen Händen voll Rosen. Die Tafel funkelte von Gold, Prunkteppiche von schwerster Seide, bedeckten sorgsam aufgerollt, zu wundersamer Augenweide, den Marmorboden und die Treppe, und rings mit Perlenschmuck beschwert, wog der Prinzessin Hochzeitschleppe, drei Fürstentümer auf, an Wert. Der ganze Hofstadt war beisammen, nebst Sendlingen aus aller Welt, den angefachten Opferflammen entstieg der Rauch zum Himmelszelt. Grad sollte die Vermählungsfeier beginnen, Festmusik erscholl, schon trat herein, die am Schleier, die Sultanstochter armutsvoll, an ihres hohen Vaters arm, und in der Würdenträger Schwarm schritt sie hingegen ihr Verlobter. Da plötzlich Nacht und Widerlicht, der Geist erfüllte mit der Probter, Vollendung seine Dienerpflicht. Man sah sich an, man sah sich um, die Augen starr, die Minen dumm. Was war geschehen? Der Bräutigam stand nicht mehr dort, wo er gestanden, grad eben, sondern war abhanden, wie fortgewischt von einem Schwamm. Man forschte späte, doch vergebens. Der Großvisier, der schon geglaubt, er sei am Ziele seines Strebens, schien vor Erregung sinnberaubt. Der Hofstadt mit betäubten Hirne begann zu zuscheln, dich geschart. Der Sultan runzelte die Stirne und brummte was in seinem Bad. Die Gäste, ratlos und befangen, verkrümmelten sich allgemach, und über der Prinzessin Wangen herunterfloss ein Tränenbach. Die Feierstimmung war verraucht, verwandelt alle Lust in Wehe, denn da zum Abschluss seiner Ehe den Bräutigam man dringend braucht, so blieb am Ende keine Wahl, als die Vermählung zu verschieben, samt freudenfest und Hochzeitsmahl, bis man ihn wieder aufgetrieben. Der Sultan flößte seiner Tochter gar zärtlich Tröstung ein und Mut, allein mit Mühe nur vermocht er zu stillen ihrer Augenflut, obwohl weit mehr verletzte Scham und schwer gekränkter Stolz die Quelle, der Tränen war als Herzenskram. Am nächsten Morgen aber kam der Großvizier in höchster Schnelle zum Sultan, der halb ungeduldig, halb mürisch ihm entgegen sah und rief, mein Sohn ist wieder da und er ist, o glaub mir, weder schuldig, noch weiß er selbst, was ihm geschah. Gebete drum, dass man die Feier heut rüsten soll zum zweiten Mal und gibt dadurch zurück dem Freier, was ihm in Unstand gestern stahl. Hierzu, wenngleich das Fest verpfuscht ihm vorkam, war der Fürster bötig, denn für sein Ansehen schien ihm nötig, daß er alles möglichst weit vertuscht. Die Hauptstadt wurde von Trompeten und Pauken abermals doch lärmend, das Hochzeitsessen aufgewärmt und alle Gäste neu gebeten. Als Aladin, dem keine Spur von sämtlichen Begebenheiten entgangen war, davon auf fuhr, beschloss er, herzhaft loszuschreiten, auf dem Pfade bis zum Sieg. Den Geist beschwor er drum von neuem und als dem Boden er entstieg, sprach er zu ihm, du hast mit Träumen, Gehorsam, was sich dir befohlen, genau vollbracht, dieselbe Not zwingt mich indessen mein Gebot von gestern dir zu wiederholen. Den Sohn des Großvisiers entführe, heute abermals in gleicher Art und hinter fest verschlossener Türe halt den bis morgen früh verwahrt. Der Geist entfernte sich, die Tat, alsbald wie tags zuvor verrichtend, nur diesmal noch in stärkerem Grad, als gestern wirkte sie vernichtend. Im feierlichsten Augenblick verschwand er plötzlich aus dem Saale, durch ein unerfaßliches Geschick der Bräutigam zum zweiten Male. Vom ganzen Hof und hohem Adel war der Gesuchte eine Nadel, in alle Winkel war geguckt, gestöbert war er in allen Ecken, er war so wenig zu entdecken, als ob der Boden ihn geschluckt. Hiermit begann ein Trauerspiel, Prinzessin Petrolbudur raufte, die schönen Haare sich und fiel, bewußtlos hin, der Sultan schnaufte, für ihn krimmt wie ein wildes Tier, der unglückselige Großvisier wandte sich in Krämpfen wie ein Wurm, die Augen rollen rings im Kreise, die Gäste flogen gruppenweise, wie in die Herde vor dem Sturm. Und selbst entsprach der Oberkoch in tiefem hoffnungslosen Hermen zum Küchigungen. Einmal noch kann ich den Hochzeitsschmaß nicht wärmen. Ende von Kapitel 7 Gelesen von Elli April 2012 Kapitel 8 von Aladdin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 8 Der Großisier fand keinen Schlummer in dieser Nacht. Am anderen Tag, bei Sonnenaufgang, als vor Kummer, halbkrank genug im Bett lag, trat aschenfallend übernächtig sein Sohn herein. Der Vater schrie, für jedes und seinen nicht mehr mächtig, hinweg mit dir und lass dich nie mehr sehen. Da fiel er auf die Knie. Mein Vater scheinlich so verdächtig, dass du Gehör mir weigern willst. Wenn dir bekannt was unverschuldet, ich heute und gestern Nacht erduldet, so wette ich, dass dein Grölzer schmilzt. Ich wurde beidemal gepackt von unsichtbaren Fäusten, stärker als Menschenhand und eingesackt in einem engen, finstren Kerker. Zu schmal, um nieder mich zu legen, ja, selbst um aufrecht mich zu regen, die Tür von außen fest verrammelt und alles rütteln ohne Zweck, so kauert ich noch kaum gesammelt vom ersten fürchterlichen Schreck. Erneut der Hexerei gewärtig, gefaßt auf meinen Untergang und mit dem Erdendasein fertig, wer weiß, wie viele Stunden lang, bis endlich beidemal die Tür von selber aufsprang. Aber ergebe man tausend Bräute mehr dafür, ich möchte nicht, solange ich lebe, dies noch ein drittes Mal erleiden. So sehr mir die Prinzessin teuer, ich will sie lieber dauernd meiden, als den geheimen Ungeheuer zum Spielball dienen unbeschränkt. Ich glaube, Petrolbuta denkt herein nicht anders, und sie kann, auch wenn sie liebenswert mich findet, nicht recht vertrauen einem Mann, der unfreiwillig stets verschwindet. Drum wünsch dich, ob du gleich dem bösen Verhängnis nicht mit Unrecht krollst, dass du den Sultan bitten sollst, er möge die Verlobung lösen. Der große See erkannte klar, wenn auch im Innersten bekümmert, sein Lieblingsplan von manchem Jahr, der ergrittungslos für ihn zertrümmert, so dass, wie nun die Sache stand, statt auf ein Wunder noch zu hahn, er selber, den verfahrenen kann, am besten stecken ließ im Sand. Er trug dem Sultan untertänig, drum seines Sohnes Bitte vor, und fand ein sehr geneigtes Ohr. Der Herrscher freute sich nicht wenig, als unverhoffte sie vernahm, dass dem Entschluss, den er im Stillen, gefasst um seiner Tochter willen, der Bräutigam entgegenkam. Mit Windesäle flog die Kunde von der Entlobung durch die Stadt, war tagelang in aller Munde, doch schließlich schwarzte man sich satt. Es wusste ja vom wahren Grunde nur Aladin allein Bescheid. Und da nun mehr sein Weizen blühte, nahm mit beruhigtem Gemüte zum nächsten Schachzug er sich Zeit. Erst als er im Monat noch entwichen und so wie vorbestimmt verstrichen die ganze Frist von dreien, sandte von Neume die Mutter fort zum Sultan, der sie gleich erkannte und sich an sein Gegebniswort erinnerte. Mit freiem Mutte bat sie den Fürsten auf den Knien, gewähren möge Aladin, was zu versprechen er geruhte, da die gedungene Frist vorbei. Dem Sultan war die Mahnung peinlich, er hatte ja für unwahrscheinlich gehalten, dass die Schwärmerei des jungen Mannes nach so vielen Wochen immer noch nicht erloschen sei, denn was er unbedacht versprochen, war niemals ernst gemeint gewesen, konnte er zum Gatten seines Kindes wohl einen Schwiegersohn erlesen, der nicht geboren war als Prinz. Und doch vor offener Verneinnung sich scheuend, zog ihm wieder Streit, er sei ein Großvisier beiseit und fragte leis nach dessen Meinung. Ja, sagte jener gleichfalls leis, wenn du dein Wort nicht willst verletzen, genügt er seinen solchen Preis für die Prinzessin festzusetzen, dass, wenn des Werbers Überfluß an Geld und Gut auch ohnegleichen trotz allem er die Segel streichen und voll Beschämung abziehen muss. Der Ratschlag schien dem Sultan schlau, deshalb sich zur Mutter eilig und wenn er entsprach, gute Frau, ich gab mein Wort und halte es heilig. Dein Sohn soll keinen Hindernissen begegnen, aber um zu wissen, was er zur Morgengabe beut, und ob er wirklich zur Erringung der hohen Braut kein Opfer scheut, mache ich ihm eins zur Bedingung. Ich fordre, dass er vierzig Becken von schwerstem Gold mir schicken soll, die sämtlich bis zum Rande voll von herrlichen Juwelen stecken, den damals mir geschenkten gleich, die jeden Stein im ganzen Reich weitaus an Schönheit übertrafen. Hertragen sollen diese Fracht auf Häuptern vierzig schwarze Sklaven, in reicher, auserlesener Tracht, geführt von vierzig jungen Weißen, die noch verschwenderischer Gleisen. Dies die Bedingung. Wird genau von ihm bestanden diese Probe, dann, höre, dass ich's laut gelobe, wird meine Tochter seine Frau. Die Mutter schritt bedenklich heim, jedoch gelabt vom Hoffnungsschimmer, dass Herrschers Forderung wert auf immer, in ihrem Sohn jeden Keim des nährischen Begehrens ersticken. Doch als von diesem Trost beseelt, sie klipp und klar ihm aufgezählt, was er dem Sultan solle schicken, und sicher dachte, dass er schrocken, er sich bequeme zum Verzicht, rief er mit strahlendem Gesicht und überscharmenden Frohlocken. Nichts weiter, ei, der Sultan näher dem Glauben, dass durch die Bedingung er mich ins Boxern jagen wird. Wennd er, mir fehle zur Bezwingung, solch eines Probestücks die Macht. Ich könnte ihm doch ganz andere Launen befriedigen, er solle erstaunen und du nicht minder, gib nur acht. Er ging in seine Kammer rieb, der Lampe bis der Geist erschienen, der unterwürfig ihm zu dienen, wie stets bereit war. Er beschrieb, des Herrschers Anspruch immer ausführlich und fragte dann, dies all im Schaffen könne Knall und Fall. Der Geist erwiderte, natürlich. Wohl ansprach Aladin zur Eile, damit ich fluchst den ganzen Tand ihm senden kann. Der Geist entschwand und kam nach nicht viel größerer Weile, als während man die Augenlider zuschließt und öffnet, wie geheißen, mit vierzig schwarzen Sklaven wieder, so wie mit vierzig jungen Weißen, so dass zu umfangreicher Zug sich auf die Straße musste erstrecken, weil Haus und Hof nicht weit genug. In jeder von den Schwarzen trug auf seinem Haupt ein goldenes Becken, und an jedes Becken Wiesenfülle, Diamanten, Perlen und Perülle, Smaragd, Saphir, Topos und Rubin, vom höchsten Reiz des Farbenspiels und überlegen noch um vieles, den Früchten, die sich Aladin im Zauergarten einzgepflügt. Nachdem das Werk so weit geglückt, rief er die Mutter, die mit Stahn weit aufgerissen Augen gaffte. Schau, sprach er, muss der Sultan Hahn gestehe, dass ich zur Stelle schaffte, was er vorhin sich ausbedang. Jetzt aber zögere nicht lang und bringe meine Morgengabe geradewegs in den Palast, damit, mein nur großen Hast, er merkt, wie sehr ich Sehnsucht habe, mein Herz noch so viel Sturmgebraus zu steuern in der Ehehafen. Die Mutter schritt somit voraus, dem wundersamen Zug der Sklaven. Das gab in Aufsehen jedem Haus entströmten gierige Besucher, so dass in Kürze jung und alt zu einer dichten Menschenmauer auf allen Straßen stand geballt. Was irgend Beine hatte, lief, was irgend Lungen hatte, rief, mit Stimmen gellend wie Posaunen, man möge kommen, sehen und staunen. Einmütig wurde die Verkündung des Urteils aller Orten laut, dass sie in der Stadt seit ihrer Gründung an solchen Aufwand nie geschaut, wie Sklaven edler von Gestalt, von Wuchs und Haltung angetroffen, so bunt geschmückt, so mannigfalt, bekleidet mit den feinsten Stoffen. In schöner Ordnung, der in zur Seite den schwarzen Bäckern trägern war, jeweils in weißer als Geleite. Hinwandelten sie Paar für Paar, dazu die Edelsteine glänzen, der vierzigfache Spiegelschein des Latrengoldes. Allgemein war die Begeisterung ohne Grenzen. Ende von Kapitel 8 Gelesen von Elli April 2012 Kapitel 9 Von Aladin Die Wunderlampe Von Ludwig Fulda Diese Libre-Vox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 9 Die Nachricht war gleich in dem Blitze, gedrungen an der Pferdner Ohr, ehe das Palast des offenen Thor sich näherte, des Zuges Spitze. Sie sahen den schmucken Vordermann der achtzig Sklaven mit Verbeugung für einen fremden König an und wollten drum zur Ehrbezeugung im Küssen seines Kleides saum. Doch der erwiderte, gebt Raum und bügt euch lieber vor dem Rechten. Ich bin nur einer von den Knechten, in unseres großen Herrn So stieg der Zug hinan die Treppen, die Schwarzen hatten auch zu schleppen an ihrer schweren Last von Gold, und von den Weißen angeleitet betraten sie den lichten Saal des Divans. Längst schon vorbereitet und überaus gespannt befahl der Sultan, daß man ihnen Platz gewähre, kunstgerechterweise, für im gereihten halben Kreise, beeilten sie sich ihren Schatz, am Fuß des Thrones aufzustellen, worauf noch wohl versehen im Amt sowohl die Dunklen als die Hellen sich niederwarfen insgesamt. Die Mutter nahte nun dem Thron und sprach mit vielen Huldigungen. Hier sendet Aladin, mein Sohn, erhabener, was du dir bedungen. Er hofft, es werde dir gefallen, und der Prinzessin ebenfalls. Der Sultan, kaum ein Wort soll allen imstande, mit geregtem Hals und überzeugt, in Wolle, Necken, in Druck der Sinne, blickte bald, verwundert auf die vierzig Becken, mit ihrem funkelnden Gehalt, von größerem Wert als ganze Länder, bald auf die fürstlichen Gewänder, der achtzig wohlgestalteten Sklaven, und sagte laut zum Großes hier, für wahr, der Himmel soll mich strafen, wenn ein Geschenk wie dieses hier Jesult uns Zeuchtern wahr geboten. So ist es stimmte jener bei, zumal er einsah, dass der Knoten nicht anders mehr zu lösen sei. Wie hätte noch der Fürst sein Wort zurückziehen können als Empfänger von solchen beispiellosen Hort? Er fragte jetzt sogar nicht länger nach des Bewerbers Rang und Stand und nach allen anderen Eigenschaften, für jeden Vorzug konnte als Pfand sein ungeheurer Reichtum haften. Geh, sprach er drum im milden Ton zur Mutter, melde ihm das mit warmen, gefühlen ich und offenen Armen, ihn grüßen will als Schwiegersohn. So waren jetzt nach harten Ringen die Schwierigkeiten weggeräumt. Sie selber durfte im Kunde bringen, dass alles, was er sich erträumt, was für unmögliche gegolten, was als verrückte Ziege scholten, und was ihm ihre Zweifelssucht veragt als riefelhaft verstiegen, ihm jetzt als reife Frucht bereit war in den Schoß zu fliegen. Er war, wenn auch überschwänglich, beglückt, ließ keine Zeit entfliehen, um das zu tun, was unumgänglich und so des Werkes Krönung schien. Er hieß den Geist von neuem kommen und sprach, als dieser schnell genaht, bereite mir sofort ein Bad und bring, nachdem ich es genommen, wie ein Gewand so reich und prachtvoll, wie sonst es nur ein König trägt. Er fühlte drauf, als bald sich machtvoll, erfasst und durch die Luft bewegt, ein schöner Raum an allen Wänden, wie bunten Marmor ausgelegt, empfingen, dort bedient gepflegt, von zarten, unsichtbaren Händen, nahm er das Badende einer Laun, von Wohlgeruch erfüllten Flut. Sodann, erquickt und ausgeruht, konnte er in den Spiegel schauen, dass er zu seinem Vorteil ganz verwandelt, schöner war und schmucker. Statt des bisherigen Gewands, das immer noch den armen Schlucker verraten hatte, fand er Kleider, so prächtig, so mit Gold bestickt, dass jeder Prinz und Fürst als Neider nach innen hätte hingeblickt. Sobald er fertig angezogen, erschien der Geist auf seinen Wink und er gebot ihm, zeig dich flink, ich habe mittlerweile erwogen, was mir noch fehlt, ein edles Roß verlange ich, das an Schönheit alle verdunkelt in der Sultanstalle. Zu diesem fern einen Tross von Sklaven, jenen gleich zu achten, ein Kleiderprunk und Stattlichkeit, den mir ein Geschenk dem Sultan brachten. Acht Sklaven dann zum Geleit für meine Mutter, deren jede, ihr ein so köstliches Gewand soll bringen, das im ganzen Land bald von nichts anderem mehr die Rede. Auch einen Beutel mit zehntausend Goldstücken brauch ich noch, nur schnell ein Zwerg. Der Geist entschwebte sausend und alles war ihm nur zur Stelle. Den Sklaven gab Alladin Befehl zur Mutter hinzueilen und ihren Staatsknett anzuziehen. Das bare Gold ließ er verteilen und feine Sklaven mit der Weisung, sie sollen's auf der ganzen Länge, deswegs mit voller Hand zur Speisung, der Armut werfen in die Menge. Er stieg zu Pferd und zog ihm mitten des Trosses durch die Straßen hin. Selbst Kennern kam nicht in den Sinn, daß er noch nie zuvor geritten, weil mit dem Feinsten ebenmaß und Anstand er im Sattel saß. Vielköpfig, mastig nicht zu zählen, lief wiederum das Volk herbei. Betäubend schwang aus allen Kehlen sich Beifallruf und Jubelschrei, besonders wenn vom Sklaventroß geschnellt und ungewollter Segen so rechts wie links ein Hagelregen von goldenen Münzen sich ergoß. Wer war der Ritter hoch zu Roß? Bei Namen konnte niemand nennen, nicht einmal einer unter zehn, die noch vor kurzem ihn gesehen den alten Aladena kennen. Er, jüngst noch dürftig unanselig, sah sich nun selber nicht mehr ähnlich, denn zu der Lampe Wunderkräften gehörte die geheime Macht, dem Glückspilz, den sie hochgebracht, auch äußern Adel anzuheften. So lag am Tage Sonnenklar, dass all der Pracht, womit er prunkte, doch sein Verdienst erwürdig war. Er wurde rasch zu Mittelpunkt, für jedes Auge, ja auch zu enthob, zum Himmel in des Volkes Lob und gönnte gern in dieser Erde vollkommenstes und reichstes Heil. Bis zum Palast, der mittlerweile gelangt, stieg Artikel vom Pferde. Die Pferdner bildeten zwei Reihen, von Tor zu Tür, um dem Empfang vermehrte Würde zu verleihen. Durch diese Schritte sacht entlang, trat in den Saal und vor den Thronen, der Sultan seiner Haaren schon war überrascht und höchst erbaut, sowohl von seiner Prachtentfaltung wie seinem Wuchs und seiner Haltung, schritt ihm entgegen, zog ihn traut, ihm während auf die Knie zu sinken, an seine Vaterbrust und ließ, indem er ihn willkommen hieß, in Sitzen dich zu seiner Linken. Erlauchter Fürst sprach Aladin, ich danke dir, dass meine Akünen, statt es durch harten Spruch zu söhnen, so nachsichtsvoll du mir verziehen. Ich wüsste nichts, was mich entschuldigt, als dass mein Herz von holbem Zwang, besiegt in willenlosem Drang der reizenden Prinzessin huldigt, und dass die Liebe, die gewaltsam in meinem Innern flammt und lot, nicht enden wird bis unaufhaltsam, mein Leben selbst erlischt im Tod. Mein Freund versetzte halb im Scherz des Sultan, und durch dieses Feuer, heillos versenkt zu sehen dein Herz, halt ich, verdammt, ich fühle zu teuer. Ist dies das Mittel, dich zu töten, so weiß ich, was dich heilen soll. Er gab in Zeichen flugserscholl, Musik von Zimmeln und von Flöten. Er führte daraufhin liebevoll zum wunderbaren Nebensaal, worin bereits auf goldenen Tellern war aufgetischt ein leckeres Mahl, das aus den kaiserlichen Kellern versorgt war mit dem besten Wein. Der Sultan aß mit ihm allein. Der Großvisier und all die Herren von Rang und von Geblüt umkreisten den vollbesetzten Tisch von fern und mussten zusehen, wie sie speisten. Ende von Kapitel 9 Gelesen von Elli Mai 2012 Kapitel 10 Von Aladin Die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Kapitel 10 Nach Tische war dann Aladin vom Sultanväterlich die Frage gerichtet, ob es ihm behage, sogleich die Hochzeit zu vollziehen. Er gab zur Antwort, Herr, du weißt, wie sehr ich nach dem Glück verlange, das die Prinzessin mir verheißt. Geh doch, damit ich hier im Range, gemäß an unserem Hochzeitstag, sogleich in tadellosen Räumen ein neues Heim mir bieten mag, lass noch für kurze Zeit mich säumen. Ein Schloss versehen mit jeder Zier will ich errichten, weise mir, drum einen angemessenen Bauplatz. Der Sultan drauf, mein Sohn, du hast, die Auswahl hier vor dem Palast, liegt, wie du siehst, ein leerer Schauplatz, wo für dein Schloss genügend Raum, nur lass es möglichst rascher bauen, denn glaube mir, ich kann es kaum erwarten, euch für mich zu schauen. Nach dem Gelöbnis, dass er sicher den Bau nach Kräften fördern werde, nahm Aladin mit feierlicher Umarmung Abschied Stieg zu Pferde und trabte durch die gleichen Gassen mit dem Gefolg zurück nach Haus und brandet wieder von den Massen des Volkes mit lautem Jubelbraus. Der Heimkomm angelangt beschwor, den Geister abermals und sagte, schon den bisherigen Wirken ragte durch Kraft und Schnelligkeit hervor. Doch zu dem ungemeinen Werke, das jetzt mir unentbehrlich ist, bedarf ich deiner ganzen Stärke. Du sollst in möglichst kurzer Frist, gerade gegenüber vom Palaste, des Sultans mir ein stolzes Schloss, errichten, das vom Erdgeschoss bis zu des Daches Flaggenmaste, der Sultanstochter meiner Frau, trotz ihrem sehr verwöhnten Auge, zukünftigen Behausung tauge. Welchen Gestein du für den Bau verwenden willst, ob Marmorquadern, schneeweiß mit feinen schwarzen Adern, ob Jaspis, ob auch Haddler so, das stelle ich ganz in deine Messen. Doch sollst du, dies bedinge ich nur, nicht deinen großen Saal vergessen, im oberen Stockwerk, der begrünt, von einer Kuppel an den Wänden, durch Gold und Silber sei verschönt. Auch soll, um hellstes Licht zu spenden, er vierundzwanzig Fenster zielen, die Rahmen sein aller Bastern, das Gitter sollst du mit Juwelen von unerreichbem Glanz bepflastern. An einem wohlverwahrten Platz befinde ferne sich ein Schatz, gemützten Gold ist aufgespeichert, der für meinen Lebtag mich bereichert. Auch will ich, dass man eine Flucht von Küchen trifft am rechten Orte, nebst Vorratskammern jeder Sorte und Stelle voll von edler Zucht. Ingleichen soll das Luftschloss innen bevölkert sein von einem Herr, von Dienern und von Dienerinnen. Das alles schafft mir nach Begehr, und wenn du fertig bist, komm wieder. Als er dem Geiste dies gebot, sank abendlich die Sonne nieder. Am anderen Tag ums Morgenrot erschien der Geist in seinem Bette. Vollendet ist, was du bestellt, Schausprache, ob es dir gefällt. Er trug daraufhin dann die Städte, wie sehr war all er den verwundert, der Stand erbaut in einer Nacht, entschloss wie noch kein Halbjahrhundert, vom Menschenarbeit es vollbracht. Er glaubte wahrlich nur zu träumen, als ihn der Geist in allen Räumen herumgeleitete. Da war sein Auftrag Punkt für Punkt vollzogen, bei weitem überholt sogar, Gewölbe, Säulen, feiler Bogen, von höchster Schönheit, ein Gewimmel von diens beflissenen Überall, an Silberkreppen in dem Stall der schönsten Rappen Füchse Schimmel. Mund verrat jeder Art nicht sparsam, in Küche und Kammern schon verfacht, der Schatz in sicherem Gewahrsam von einem Schließer treu bewacht, mit Gold gefüllte Riesensäcke, gehäuft, getürmt bis an die Decke. Nachdem sich Aladin das Ganze von Grund aus angesehen, zumal auch noch den großen Kuppelsaal sprach er, geblendet von dem Glanze zum Geist. Ich muss dir Beifall zollen, befriedigt wurde musterhaft, von dir mein Wünschen und mein Wollen. Nun sei nur noch herbeigeschafft, ein langer Teppich aus der Mast, von feenhaften Farben Schimmer. Du sollst, befehle ich, vom Palast des Sultans, ihm bis an die Zimmer der Herren dieses Schlosses breiten. Ihn soll auf ihrer Wanderung ins neue Heime Fuß beschreiten. Der Geist entfernte sich im Schwung, und ehe sich's Aladin versah, lag der Damastne Teppich da. Der Geist kam wieder ohne Rast und trug nach Haus in Unverdrossen, geradeaus die Pförtner am Palast des Sultans wurden aufgeschlossen. Die Pförtner wunderten sich sehr, als drüben dicht vor ihren Nasen, wo gestern noch die Städte leer und nur bewachsen war mit Rasen, ein Wunderwerk hoch und her, sie ragen seien in die Lüfte. Die Nachricht schwirrte mit Gesumm, beflügelt im Palast herum. Der Hofstab machte höchst Verblüfte, Gesichter und der Großvisier lief, als eine Weile Stier, den rätselhaften Spuk beglotzt, zum Sultan hin und sprach entbrüstet. Wer sich mit einem Kunststück brüstet, das jeglicher Erfahrung trotzt, der steht im Bund mit Zauberei. Der Sultan gab zur Antwort, Ei, man muss nicht gleich der Schlimmste denken. Was ist denn weiter auch dabei? Ein Mann, der so vermag zu schenken, denn drum mein fürstliches Vertrauen, akkord zu meiner Tochter Gatten, der kann sich wohl den Spaß gestatten, entschlossener nachzubauen. Er gibt als reichster Mann der Welt uns nur ein augenfällig Zeichen, dass man mit sehr viel Barmgold so ziemlich alles kann erreichen. Der Bau dort stammt aus Gold in Quellen, und wenn du trachtest ihn als Frucht von Zauberkünsten hinzustellen, so spricht es dir die Eifersucht. Zur Stunde, da sich die beiden besprachen, war in ihrem Haus, die Mutter allerdings darauf aus, mit jenem Staat sich zu begleiten, den die Sklavenin gespendet, und ließ, nachdem durch die einen Walten der Putz im Bälde war vollendet, von ihnen sich die Schleppe halten, auf ihrem Wege zum Palast. Auch Aladin im Vaterhause zum allerletzten Mal zu Gast, brauch auf noch kurze Ruhepause. Die vielbewehrte Wunderlampe nahm er dabei wohl weislich mit, bestieg sein flinkes Pferd und ritt geradaus zu seiner Schlosses Rampe. Der feierliche Freudenklang von Trommeln, Pfeifen und Trompeten erscholl der Mutter zum Empfang. Von des Palastes Zinnen wehten im Winde fröhlich bunte Fahnen. Aus Schalen strömte Balsamduft. Der Hofstadt stand auf den Atlanten und schwenkte Tücher durch die Luft. Die Stadt ward neuerdings geschmückt, mit Laubwerk, Teppichen und Lichtern. Viel deutlicher ward in Gesichtern des Frohsinnstempels aufgedrückt, als beim gestörten Hochzeitsfeste von damals. Die verdutzte Schar des Volkes erblickte zwei Paläste, wo tags zuvor nur einer war. Zumal bestanden sie den Neuen, und laut bekannte Jedermann, er müsse in einen Vergleich nicht scheuen, ja, steht im Alten weit voran. Inzwischen ward, weil sich der Freier ausdrücklich hatte vorbehalten, in seinem eigenen Schloss die Feier, der Hochzeitsglänzend zu gestalten, vom Sultan öffentlich erklärt, dass gültig nun zu Recht bestehe, Prinzessin Petrolbüteres Ehe, mit dem Gemal der ihrer Wert, und dem sein Vaterherz gewogen. Auch wurde der Vertrag vollzogen, mit hergebrachter Förmlichkeit. Dann lehrten er einen Freudenbecher, die Mutter und der Fürst zu zweit. Er selber gab er das Geleit in der Prinzessin Wungi Mächer. Dort kamen in ihrem reichen Schmuck und ihrer Schönheit Holbenprangen die Braut entgegen ihr gegangen, mit einem warmen Händedruck und einem Kuss auf ihre Wangen. Sie nahmen bereit zur Überführung in ihres Ehegattenschloss vom Vater Abschied. Beiden floß in Tränenstrom herab vor Rührung, und als der Sonne ihr letztes blinken, gewichen war dem Dämmerschein, da formte sich der Zug. Zur linken schritt ihr die Mutter, hinter dreien die Sklafinnen und Zofen all, voran in Trupfen Musikanten mit schmetterndem Posaunenschall, zuletzt unzähliger Trapanten, Lakaien, Pfeiffer, Paukenschläger und Knappen, die als Fackelträger dem Zuge Licht zu spenden hatten. So schwebte die Gebieterin auf dem damasenen Teppich hin zum kerzenhellen Schloss des Garten, und all das heitere Volksgewimmel entzahnte wie aus einem Mund Gebet und Segenswunsch zum Himmel für einen jungen Ehebund. Ende von Kapitel 10 Gelesen von Elli Mai 2012 Kapitel 11 Von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Diese Librovox-Aufnahme ist in der Public Domain Kapitel 11 Von seiner Dienerschaft umgeben stand Aladin am Eingangstor und führte mit beglücktem Beben die Braut zum Kuppelsaal empor. Sie war beim ersten Anblick schon entzückt von ihm, da beim Vergleiche sie fand das Nimmel in der Sohn des Großviziers des Wasserreiche. Und Aladin, auch wer beschreibe, was er im Innersten empfand, wie nun das Traumbild seiner Liebe holzählig leibhaft vor ihm stand. Er rief, du Herrlichste von allen, vor der das Tagesgestirn erbleicht, gesteh mir, ob ich nicht vielleicht verurteilt bin, dir zu missfallen. Mein Prinz, den dieser Name scheint, versetzte sie, dir zu gebühren. Mir hat mein Vater, dich zu gehören, befohlen und mich dir vereint. Des Vaters Willen, sich zu fügen, ist einer guten Tochterpflicht, doch ich vollzog sie mit Vergnügen, denn wisse, du missfällst mir nicht. Mit dieser feinen Antwort scheuchte sie seiner Sorgen letzten Rest, und nun begann ein Zauberfest, der sehr viel staunenswerter deuchte, als was daheim sie je geschaut. Die Tafeln überschwemmten Rosen von Diamanten rings betaut, von einer gleichfalls grenzenlosen Verschwendung zeugten die Bokale, die Schüssel und Teller Gabeln Messer, sogar die Speisen waren besser, als jedem kaiserlichen Male. Zu flötenspiel und lauten Klang ertönte, reizend anzuhören, ein doppelstimmiger Gesang von allerliebsten Mädchenchören. Nach Schluss des Mals erschien ein Schwamm von Tänzern und von Tänzerinnen, um einen Reigen zu beginnen. Der Schloss sei selbst mit seinen Arm, der Herrin und voll Armmut schwangen nach einem alten Brauch des Lands, die neu vermilgten sich im Tanz. Die Mitternacht war längst vergangen, da sich im Schloss zur Inde neigte, die Lustbarkeit. Am Tag darauf, als schon der Sonnenballs Lauf sich nahe dem Mittagsgipfel zeigte, schritte Alati mit einem Herr von Dienern auf dem kurzen Pfad hinüber zum Palast und Bad, den Schwiegervater um die Ehre, sein Schloss in Augenschein zu nehmen. Gewiss, der Sultan mochte gern zu dieser Einkehr sich bequemen und ging begleitet von den Herrn des Hofes mit ihm dorthin zu Fuße. Das Schloss, obwohl es nun schon oft von seinem Fenster aus mit Mose betrachtet, schien ihm unverhofft noch prächtiger, als er es nah und näher jetzt vor Augen sah. Im Innern erst vermochte kaum, er seinen Zücken zu bemeistern, und gar der große Kuppelraum schien grenzenlos hin zu begeistern. Er sprach zum Großvisier, ein Wunder, wie dies habe ich nie gewahrt. Hingegen ist, bei meinem Bad, mein eigener Palast nur Plunder. Doch als er wieder heimgekehrt und manchen großen Eindruck reicher, da schlingelte der alte Schleicher von Großvisier sich unbegehrt an ihn heran mit dem Vermerk. Wer könnte diesen Bau betrachten, erhabener ohne ein Werk der Zauberkunst ihn zu erachten? Der Sultan drauf mit strengem Blick, das hochzeitliche Missgeschick, das deinem Sohn so schlecht bekam, kannst du immer noch nicht verschmerzen, bist Aladin deswegen kam und suchst ihn grundlos anzuschwärzen. So scheiterte die Lästerung kläglich, der Fürst begab sobald er wach vielmehr von jetzt ab sich tagtäglich gleich in sein Lieblingswohngemach, wo freien Ausblick er genoß auf seinen Schwiegersohn schloß und ward nicht müd vom Fenster aus, ganz in Verwunderung vergraben und form und schmuckte stolz zum Baus des Auges stundenlang zu laben. Wer aber dächte, dass nunmehr sich Aladin daheim verschlossen und ferngehalten vom Verkehr, der hätte gänzlich fehl geschossen. Im Gegenteil, er ward beständig, lustwandender in der Strecke gesehen, ging zum Gebet in die Moscheen, tat manchen Einkauf eigenhändig, war bei den hohen Edelleuten oft zu Besuch und jedes Mal, wenn er mit einer großen Zahl betrester Diener Ausritt streuten, sie goldumher aus vollen Händen. An seine Schlosses Pforten kam kein Bettelmann, der nicht mit Spenden vollauf beladen Abschied nahm. Auch wenn er, um der Jagd zu pflegen, ins Feld hinaus stob ungehemmt, ward jedes Dorf auf seinen Wegen von einem Geldstrom überschwemmt. Kein Wunder war's, wenn der Gestalt in der berühmten Rosenwolke das Hauptumspann, und wenn er bald vergöttert ward vom ganzen Volke. Er aber wurde drum nicht eitel, nein, zeigte dem bedrohten Staat, sich von der Zehe bis zum Scheitel als echten Helden durch die Tat. Des Reiches gesamte Grenze stand in eines Aufreiß der Feldherrn konnte keiner ihn dämpfen, bis Aladin dem Ruf der Not gehorchend, mannhaft sich erbot, auf eigene Fausten zu bekämpfen. Vom Herrschern des Heeres Spitze berufen zog er in das Feld, nicht achtend Mühsal, Frost und Hitze. Bald war von ihm der Feind umstellt, und wurde, wie beim Hasenjagen, trotz all seiner Übermacht, in einer einzigen großen Schlacht zerstreutend in die Flucht geschlagen. Dann führte seine tapferen Krieger erheimwärts in Triumph, das Haupt von einem Rummiskranz zum Laubt, und hieß nun Aladin der Sieger. In Städtenfluss allmählich reite, sich Tag an Tag und Jahr an Jahr, er aber war, das kaum gewahr, an seiner schönen Gattin seite, geliebt und liebend hochgeachtet und doch von schlicht bescheidenem Sinn, die Bose, die von Urbeginn das Gute zu vernichten trachtet, sollte aber nach der Gnadenfrist auch ihn mit hartem Streiche treffen. Der Zauberer, der ein Schnöderl ist, ihn einst sich ausgesucht als Neffen, dann heimgewandert und seit Jahren in Afrika nun wieder saß, wollte eines Tages rein zum Spaß genaueres davon erfahren, wie Aladin zugrund gegangen. Denn daß der Bursche aus jener Gruft nie mehr, nachdem er dringefangen, zurückgekehrt zu Licht und Luft, war nicht im mindesten ihm fraglich. Die Frage, die er noch gespart, galt einzig seiner Todesart. Er setzte sich darum behaglich an einen Tisch, worauf mit Sand gefüllt ein Fähig sich befand, in Schachtelform nahm einen Stift und zog damit nach zauberer Weise im Sande Linien und Kreise, nebst Lettern einer fremden Schrift. berechnet murmelnd unverständlich. Nach Grundsatzregel und Gebot geheimer Schwarzkunst brachte er endlich, heraus, dass Aladin nicht tot. Nein, daß er aus der Gruft entsprungen, zum Glanz und Ruhm sich aufgeschwungen und obendrein als der Gemahl der Sultanstochter herrlich lebe. Haar war das psychische Gewebe zerfetzt, er wurde leichenfahl, krebsrot und wieder Kreideblass und dann vermissgutsgelb und gelber. Wie rief er aus in Wut und Hass, der Schatz dem Mühsam für mich selber ich ausgespürt mit saurem Schweiß, in zehn jahrelangen Fleiß, der Lampe hohe Wunderkraft, warb mir zu meines Forschens lohne, von einem niederen Schneidersohnne, von einem Tagetieb entraft. Er, den vermog er dich gewähnt, darf zu schwelgen sich erfrechen, in Reichtum, den er mir entlehnt. Doch nur Geduld, ich will mich rächen. Er warf somit am selben Tag aufs Pferd sich ohne viel besinnen und galoppierte stracks von hinten zum Reich, das fern im Osten lag. Nachdem er auf der langen Reise sich und sein Pferd halb tot gehetzt, sich nur in kurzem Schlaf geletzt, sich nur genährt mit knapper Speise, mit Karun trank er frisch gelangte der Zauberer in des Sultans Reich und bald vor seinen Augen prangte die Hauptstadt, wo sein Schurkenstreich ihm damals glücklich war, mißlungen. In einem kleinen Gastsau stieg er ab, um seinen Rache krieg zu fördern durch Erkundigungen. Das Wichtigste war dem natürlich enthüllt, bevor ein Tag verfloß, denn alle Welt sprach unwillkürlich von Aladin und seinem Schloss. Er ließ zu dem berühmten Bau von seinem Wirt sich hingeleiten und als er ihn von allen Seiten beschnüffelt hatte ganz genau, da wußte er, dass dem Aladin zu einem Werk von solcher Größe nur jene Lampe Kraft verliehen. Er gab sich selber Rippenstöße vor Ärger, weil das Meisterstück ihm völlig erster Messen lehrte, was ihm entgangen war und kehrte zu seinem Gast das dann zurück. Wo mochte wohl die Lampe stecken? Wenn ihr ein Aufbewahrungsplatz erfähig wäre zu entdecken, dann könnte den ersehnten Schatz von ihm erlisten, Raub um Raub und von der angemaßten Zinne zurück ins Schmettern in den Staub. Er nahm behind wie eine Spinne die Rastuswild in ihrem Netze. Das Zauber fiel ich wieder vor und durch die magischen Gesetze, die mit Kritzler beschwor und kniffliger Berechnungsart ward bald und fehlbar ihm verraten, die Lampe war im Schloss verwahrt. Der Zufall der verruchten Taten oft beisteht war auch ihm gewogen. Willkommen traf die Nachricht ihn, dass vor drei Tagen Aladin auf eine große Jagd gezogen und fern sei bis zum Wochenschluss. Er trat in eines Klempners Laden und sagte, Freund, es soll dein Schaden nicht sein, wenn du mir dienst. Ich muss zwölf Lampen haben, nagelneu, vom blanken Kupfer. Meiner treu erwiderte er mit breitem Lachen der Klempner, denn er war erfreut, solch glänzendes Geschäft zu machen, gleich zwölf, so viele habe ich heute zwar nicht auf Lager, doch bis morgen werde ich die fehlenden besorgen. Mit einem Korb im Arme kam der Zauberer wieder tags darauf, verpackte drin den ganzen Kram, gab für den abgeschlossenen Kauf weit höheren Preis als nach Verpflichtung, bewegte dann sich in die Richtung des Schlosses langsam durch die Stadt und zwang das Volk dem Ruf zu lauschen, hört, hört, wer alte Lampen hat, kann sie hier gegen neue tauschen. Die Leute dachten allgemein, der Mensch da hat wohl einen Spahn, die Kinder hielten ihn zum Nahen und liefen gröhlend hinter drein. Ihn aber konnte es nicht beirren, er ließ im Korb die Lampen klirren und wiederholte hundertmal aus Leibeskräften sein Gekrähe bis in das Schlosses nächster Nähe. In ihrem großen Kuppelsaal sein Spetulbudur, das Gehöhne der Kinder und die schrillen Töne des Rufers drangen auch zu ihr, und einer Sklaven aufzutragen, gebot er drum die Wissbegier, sie mögen untergehen und fragen, was dieser Wüste Lärm bedeute. Die Sklaven ging und lachte hell, da sie zurückkam. Der Gesell, der umringt von der Meute ist ohne Zweifel gänzlich toll. Sein Tragekorb ist von einem Haufen der schönsten neuen Lampen voll, aber er will sie nicht verkaufen, nein, will sie tauschen gegen alte. Auch der Prinzessin Lacher schallte nun laut und klang im Echo nach, bis eine andere Sklaven sprach. Vergib mir, Herrin, doch ich finde, da sich's um alte Lampen dreht und gleich hier neben auf dem Spinde zufällig eine solche steht. So könnte man, wenn's dir beliebt, erproben, ob der Kerl tatsächlich für diese da, die schon gebrechlich und seine Nagel neue gibt. Dem stimmte die Prinzessin zu, klang dir im Inneren keine Warnung, O Petrolbudur, antelst du nicht schmählichen Betrugsumgarnung. Die Wunderlampe warst du dort und scheinbar stand seit ein paar Tagen, weil Aladin der immer fort sie sonst mit sich herumgetragen, aus Furcht sie könnte in Wald und Feld, verloren gehen, nicht auf die Jagd sie mitgenommen. Wer nun fragt, warum auf Spinde sie gestellt, anstatt sie sorgsam einzuschließen, der darf die Antwort nicht verdrießen, dass hin und wieder ein Versehen wohl jedem unterläuft im Leben, und dass die allerklügsten eben den dümmsten Fehler oft begehen. Die Sklavin nahm die Lampe, trug zum Zauberhurtig sie hinunter, hielt sie ihm hin und sagte munter, wenn diese da dir alt genug, gebe er ein Neue mir zum Tausche. Zugreifend voll Begier verschlang er mit den Augen seinen Fang, in schlecht verhielten Freuden rausche, dann ließ er unter das Kleid sie wandern, den Korb jedoch mit den zwölf anderen wies er der Sklaven vor zur Wahl. Sie wählte lächelnd und die Rotte begoss ihn mit vermehrtem Spotte. Doch er, geschweidig wie ein Aal, ihn kam durch eine Seitengasse, ließ dort, sobald in dieser Schilch, geborgen vor der Masse, den angefüllten Korb im Stich und lief davon sein Gasthaus meidend. Was lag ihm noch an seinem Pferd? Was lag am anderen Geldeswert? Jetzt war nur eins für ihn entscheidend. Nachdem er eine halbe Meile vom Statter endlich Halt gemacht, beschloss er noch eine Weile, sich zu gedulden, bis die Nacht im Schutz vor Überrumpelung brühte. Erst als im Westen sich verlor, der letzte Schein der Abendröte, zog er die Lampe sacht hervor und rieb sie. Was ist dein Begehr? so rief im nächsten Augenblicke, der Geist an Länge breit die Dicke, fünfmal so massig wie ein Bär. Die Lampe macht es mir zur Pflicht, dass ich gehorsam dich bediene. Der Zauberer sprach mit Siegermiene. Du sollst das Schloß, das jener Wicht von dir sich hat erbauen lassen mit seinen sämtlichen Insassen und mir zugleich alsdann von der Erfurtragung durch das Äthers Wellen und an dem Punkt in Afrika, wo ich daheim bin niederstellen. Gehorsam seinem neuen Meister vollzog der Geist noch in der Nacht mit Hilfe seinem Nebengeist den Auftrag. Zeitig aufgewacht begab der Sultan sich wie täglich zum Fenster, um in froher Schau zu mustern den erhabenen Bau. Sein Staunen aber war unsäglich, als er den leeren Platz erblickte, vom Schloß dagegen keine Spur. Er rieb die Augen sich und zwickte sich in den Arm. Dies konnte nur, entweder Trugsen oder Traum. Doch welche Vorsicht er auch übte, die Sonne schinken wölkend rübte, den Himmel bis zum fernsten Saum. Und zweifelhaft er träumte nicht. Mit steifem Stamm im Gesicht stand er und stand wie angewurzelt und murmelte. Das Schloss ist fort, so viel steht fest, er sei eingepurzelt, so liegen doch die Trümmer dort. Der Kuckuck weiß, was hier geschehen. Zum Schluss wie stets in schweren Fällen ist er im Großvisier bestellen, er wünsche, schleunigst ihn zu sehen. Der Großvisier kam angerannt, der Sultan faßte seine Hand, zog ihn zum Fenster hin und fragte, voll Spannung, wirst du was gewahr, vom Schloss, das gestern hier noch ragte. Mich foppt, so scheint's mein Augenpaar. Der Großvisier war höchst betroffen, jedoch er sammelte sich bald. Herr, sprach er, liegt nunmehr nicht offen, was mir schon längst für sicher galt, wenngleich du mir nicht beigepflichtet. Das Schloss, ich wiederhole es frei, so schnell verschwunden, wie er errichtet. Es war ein Werk der Zauberei. Der Sultan, der dem läster Wort nicht mehr zu widerstehen vermochte, ward Kirschenrot im Gesicht, er kochte, vor Zorn und Fluchte, Pest und Mord. In Gauner, listiger und verlogen, hat er an der Nase mich gezogen. Wo ist der Schurk, der das gewagt? Noch heute soll sein Blut verschäumen. Darauf jener, Herr, lass uns nur säumen, bis er zurück hat von der Jagd. Nichts da, das wäre zu viel Schonung, in Gegend der Sultan wild, vom Henker wäre ihm die Belohnung, mit der man Hochverrat vergilt. Geh, schick ihm dreißig Reiter nach, die sollen unterwegs ihn greifen, verhaften und mit Schimpf und Schmach gefesselt vor meinen Einglitz schleifen. Kapitel 13 von Aladin die Wunderlampe von Ludwig Fulda Auf seinem Rückweg nach der Stadt, begriffen, ahnungslos und heiter, traf Aladin die dreißig Reiter. Ihr Hauptmann grüßte höflich glatt, und er, von heimwisch umbeschwingt und in der Meinung, jene wären, vorausgesandt zu seinen Ehren, sah sich mit einem Schlag umringt. Mit Zimt mein Prinz, dich aufzuklären, begann der Hauptmann, doch ein Sprecher, der unheilmeldet, spricht nicht gern, und zwar vom Sultan unserem Herrn, befohlen, dich als Staatsverbrecher, in Haft zu nehmen und gefangen, zu führen vor sein Angesicht. Sagt nur, was hab ich denn begangen, rief Aladin mit hästen Wangen. Drauf jener, Prinz, das weiß ich nicht. Wohlan, da habt ihr mich, vollzieht, was eures Amtes, ich folge euch willig, ist's auch gewiß nicht recht und billig, was unverschuldet mir geschieht. Er ward vom Pferd geholdern Armen und Hals mit Ketten fest umschnürt und so zum Schrecken und Erbarmen des Volkes in die Stadt geführt. Der Liebling aller war in Not, man wusste nicht, aus welchem Grunde, sah nur ihn von Gefahr bedroht und wollte drum zum raschen Bunde, vereinigt in die Freiheit schaffen. Ein Teil ergriff metallene Waffen, ein anderer steine Knüttlerstangen, den Reitern sperrend Weg und Raum, mit ihrem Häftling konnten kaum sie bis in den Palast gelangen. Der Sultan, der bereits ernan, erwartet hatte vom Maltan, befahl dem Henker also gleich, den Schädlichen, der sein Vertrauen, getäuscht mit einem Streich, das Frevelhaupt herabzuhauen. Es ward ihm keine Frist verliehen, sich durch Verteidigung zu retten. Der Henker hieß, nachdem die Ketten ihm abgestreift in Niederknien, band ihm so dann die Augen zu, erhob das Richterschwert wie befohlen, um auf des Herrschers Wink im Nu zum Streich gewaltig auszuholen. Da, was ist das, was tröhnt um Geld, was schwillt und wirbelt, brandend, brausend, vom Volke haben viele tausend, im Aufruhr den Palast umstellt. Man reißt und rüttelt an den Mauern, man bricht das in den Stein um Stein, und lange kann es nicht mehr dauern, da stürzen sie zertrümmernd ein und alle Tore klaffen splitternd. O Herr, bedenk, so wendet zitternd zum Sultan sich der Großvisier. Schau hin, wie meuterische Horden vollständig zügellos geworden, gleich einem grimmen Riesentier sich gegen deine Mauern türmen. Der Mensch hat auch den Volk behext, und wenn du diesen Spruch vollstreckst, dann wird es den Palast erstürmen. Der Sultan fuhr erschreckt zusammen. Er merkte wohl, dass durch den Tod Prinz Allardins das Reich in Flammen auflodern würde, drum gebot, bei dem verblüfften Henker knapp, vom Streiche das Leben ihm zu lassen. Der nahm die Binde von ihm ab, und den erregten Menschenmassen ward mit Trompetenstoß verkündigt, der Sultan habe kurz und gut, wie sehr auch Allardin gesündigt, ihn zu begnadigen geruht. Dies Wort, voll Beifallslärm und Tönt, goss Öl in die erzünden Wogen, die sämtlichen Empörer zogen, nach Haus beschwichtigt und versöhnt. Doch Allardin, als er befreit, sich sah, hob zum Altan die Hände, Herr, bade flehendlich, vollende die Gnade, die du mir geweiht, und sage mir, durch welch Verbrechen verdient ich solchen Strafgericht. Ey, willst du dich noch gar frechen, zu tun, als wüsstest du das nicht? Komm, rief der Sultan, komm hierher, dein stolzes Schloss, wo mag es liegen, zeig's mir, nicht finden kann ich's mehr. Als Allardin emporgestiegen, ließ er ihn durchs Fenster blicken, und fragte Barsch, was siehst du da? Der Ärmste glaubte zu ersticken, als er die leere Stelle sah. Versteinert, reglos bliebbar stehen, war nicht imstande, sich zu sammeln, geschweige denn, in Wort zu stammeln. Nun sprich, kannst du dein Schloss erspähen, so forsch dir jener streng und hart, bekenne, wo es hingekommen, und was es meiner Tochter ward. Mein Fürst sprach Allardin beklommen, obgleich ich selbst nicht ahnen kann, was mittlerweile sich hier begeben, so schwör ich dir bei meinem Leben, ich habe keinen Teil daran. Der Sultan schrie, du Strolch mitnichten, entschuldigst du dem Bubenstück. Gern will ich auf das Schloss verzichten, jedoch mein Kind gib mir zurück, sonst lass ich meinem Wort zum Trotz, dir deinen Kopf herunterschlagen, als wär der ein Tannenklotz. Herr, eine Frist von vierzig Tagen, gewähre mir Bad Allardin. Ich werde, sollte es mir misslingen, verloren es wieder zu erringen, mich meiner Strafe nicht entziehen. Der Sultan sagte, wohl, so sei's, ich will dir diese Frist vergönnen, du würdest doch in keinem Preis dem reichen Armen drinnen können. Bekümmert mit gesenkten Haupt, schlich Allardin wie ausgestoßen, von dannen und dieselben Großen, an deren Freundschaft ergeglaubt, die gestern noch ihm auf den Fuß, gefolgt, um sich vor ihm zu bücken, vermieden heute seinen Gruß, und kehrten lieblos ihm den Rücken. Was konnte er tun, wohin sich wenden? Er lief, im Kopf wie wir und graus, umher, die Stadt von Haus zu Haus, von Tür zu Tür nach allen Enden, durchwandernd, ohne zuverstehen, in welcher Absicht fragte er jeden, mit abgerissen ihren Reden, ob irgendwer's im Schloss gesehen. Garmantje wurden übermannt, vom Mitleid, andere wieder lachten ihn aus, vermutlich, weil sie dachten, er sei nicht richtig bei Verstand. Nachdem er so mit müdem Blick, drei Tage lang herumgeschlendert, wollte er in der Stadt, wo sein Geschick, sich so bejammernd zweck geändert, er nicht mehr weilend, sondern trollte, sich ohne Plan hinaus aufs Feld. Unendlich lag vor ihm die Welt, nun wusste er nicht, wohin er sollte. Wie mir, ich war zu Bettelarm, dass ich mein Trauerkloß verfluche, so rief er aus, in Bittram haben. Wenn ich den Erdkreis auch durchsuche, beharrlich pilgernd Jahr um Jahr, wo finde ich die Geliebte wieder, weil besser, dass die Augenlieder, der Tod mir schließt auf immer da. Er näherte sich einem Fluß und wollte, um seine Qual zu kürzen, sich mit verzweifelten Entschluß kopfüber in die Fluten stürzen. Es war am Sonnenuntergang, der Feuerball mit letzten Blinken schien ihm den Abschiedskurs zu winken, ein Ruck, ein Anlauf, und er sprang. Das Ufer war an dieser Stelle besonders steil und sein Rand und schloss ein kalles Felsenband in rauh zerklüftetem Gefälle, sodass der lebensmütige Springer an einem Felsenstück gehängen blieb und jener Ring, den er am Finger noch immer trug, darin sich rieb. Das war sein Glück, denn alsobald, wie aus dem Wassertunst verdichtet, stand mächtig vor ihm aufgerichtet, desselben Geist der Schreckgestalt, der einst ihm in der Gruft erschienen, und rief, »Ich bin des Ringes Knecht, mir zu gebieten ist dein Recht, sag an, womit kann ich dir dienen?« Darauf Aladin, O Geister, rette, zum zweiten Male mich vom Tod, und bring, bevor der Morgen lot, mein Schloß zurück zur alten Stätte. Der Geist versetzte, dies Gebot verträgt sich nicht mit meinem Walten, ich diene nur dem Ring, du mußt dich an den Geisterland behalten. Nun wohl, jedoch, wenn dir bewusst, wo sich zurzeit ein Schloss befindet, sprach Aladin, »Befehle ich dir, Kraft dieses Ringes, der dich bindet, befördere mich sogleich von hier, grad aus zu seinem neuen Platz.« Kaum ausgesprochen war der Satz, der trug beflügelte in der Riese nach Afrika zu jenem Ort, wo nun inmitten einer Wiese das Bauwerk stand und setzte dort in sämtlich nieder auf das Gras. Zwar blieb es Aladin verborgen, dass er im inneren Afrikas gelandet war, doch er genaß von allen Mattern allen Sorgen, als er den wohlbekannten Bau trotz dunkler Nacht im Sternenschimmer gewahrte. Ja, sogar die Zimmer dicht vor sich sah, die seiner Frau zur Wohnung dienten, und sie schlief wahrscheinlich dort schon fest und tief. Um Lärm und Aufsinn zu vermeiden, hielt er gewaltsam sich zurück, wie schwer es auch war, so nah dem Glück bis morgen früh sich zu bescheiden. Er streckte von der langen Peine, ermattet unter einer Palme sich aus zum Schlummer, und die Halme des Grases wiegten mild hin ein. Ende von Elie Juli erweckt von süßen vogelliedern hob er sich mit gestellten gliedern vom lager zeitig und gelenkt von sehnsucht viel zu seiner freude sein erster blick auf das gebäude das ihm erschien wie neu geschenkt auch die prinzessin die vor kummer und tausend ängsten nacht für nacht in all der zeit nur wenig schlummer gefunden hatte war erwacht wer aber schildert ihre wonne da vor dem fenster sich im strahl der eben aufgegangenen sonne leibhaftig vorfand ihr gemahl erst wechselten sie hundertfach kusende grüße flüsterworte dann schlicht auch eine kleine pforte vor stuhlen er in ihr gemach versteht sich daß die neu vereinten sich herzend sich im überschwang umschlungen hielten endlos lang und heiße freuden tränen weinten in ihres wiedersehensrausch zuletzt dessen unterbrach der zärtlichkeiten holdentausch bedeutsam aladdin und sprach vergib mir mein geliebtes weib ich muß eweinander klagen was wir erlebt in diesen tagen vor allem dich nach dem verbleib der unscheinbaren lampe fragen die während ich zur jagd gezogen im saale stand auf einem spinnt ach seufzte sie sei nur geliehnt ich selber wurde ja betrogen längst ahnt mir daß uns ihretwegen ereilte dieser schicksalsschlag drauf aladdin daß sie zu hegen ich töricht unterlassen lag die schulder mir doch jetzt erwägen wer besser was den schaden hält drum sag mir wo sie hingeraten sobald sie diese mitgeteilt riefe ich rieche nun den braten den händler kenn ich dieser schuft schon einmal wollte mich vernichten sie fuhr dann fort ihm zu berichten wie nachts unmerklich durch die luft entführt sie morgens beim erwachen sich hier in diesem fremden land befunden afrika genannt und wie der kerl mit frechem lachen sich ihr als schlossherrn vorgestellt drauf aladdin mit zornes funken im auge solchen erzer lunken hat nie zuvor gesehen die welt sprich hast du nicht vielleicht erfahren wo er die lampe hält versteckt sie gab zur antwort wohl gewahn konnte ich das unterm kleid verdeckt er sie beständig bei sich trägt denn seit ich hier bin kommt er täglich zu längerem besuch und legt es darauf ab mich unerträglich mit ekler huldigung zu quillen ja mehr noch er verlangte dreist ich solle zum gemahlin wählen weil du nicht mehr am leben seist mein vater habe dir im zorn den kopf herunterschlagen lassen dies lied begann er stets von vorn obwohl ich glühend ihn zu hassen beteuerte der eitle wahn erfüll denn daß ich auf die dauer nicht widerstehe wenn die trauer um dich allmählich abgethan so hab ich stets vor seiner list und seiner schlechtigkeit gezittert bis heute wo du bei mir bist im soll rief aladdin erbittert was anderes blühne als er meint sei nur getrost von diesem bösen ruchlosen renkevollen feind werde ich uns hoffentlich erlösen was auch geschieht mit zuversicht vertraue mir bis zur entscheidung und siehst du später in verkleidung mich wiederkehren staune nicht sobald er seine schlosses mauern verlassen ging er querfeldein und traf in einem palmenhain noch kurzer wanderung einen bauern er fragte diesen nach dem wege zur nächsten stadt und ob sein kleid mit ihm zu wechseln er bereit der bauer war durchaus nicht rege für dieses fremden reiche tracht sein schiebig zeug daran zu setzen und aladdin nachdem er sagt geschlüpft weine alten fetzen schritt auf den im beschriebenen pfaden der stadt entgegen kam hinein und fragte in einem krämerladen ob ein gewisses pulverlein zu haben sei der krämer nickte betonte nur weil das gepflegte gewandt des käufers ein beweis der armut schien den hohen preis doch als der fremde nicht verlegen ein goldstück aus dem beutel zog brachte das pulver ihm und wog ein lud ihm ab auf gleichen wegen kam aladdin ins schloss zurück und sprach zu seiner gattin höre notwendig für mein wagestück ist mir dein beistand ich beschwöre dich drum befolge meinen rat wirf dich in deinen schönsten start schmück mit geschmeidet dich und spangen um deinen entführer wenn er naht mit wärmsten grüßen zu empfangen damit kein arg von ihm beirrt stell dich als ob du mich vergessen wenn's dir auch noch so sauer wird und lad ihn ein zum abendessen sobald er dann mit dir in frecher behaglichkeit bei tische sitzt lass ihn kredenzen einen becher gefüllt mit wein in dem verschmitzt vorher dies pulver du gestreut und bitte ihn höflich dir zu ehren in einem zug ihn auszulehren von dieser bitte hoch erfreut wird er den wein hinunter trinken und leblos auf den boden sinken bevor er noch den trunk bereut wenn diese spiel auch recht verfänglich ihr vorkam so versprach sie fest sie werde tun was unumgänglich er bag sich für des tages rest in einem abgelegenen flügel des schlosses als die fernen hügel die dämmerung mit ihrem grauen gewebe langsam überspann rief betrullbar die frauen mit deren beistand sie begann aufs wunderbarste sich zu schmücken voll sorgfalt war dein herrlich kleid ihr angelegt und zum entzücken verzehrt mit flimmerndem geschmeid ihr gürtel ihre spangen waren gleichwie der reifen ihrem haar mit diamanten dicht besetzt und um den hals die perlenkette welch noch so große fürstin hätte sich glücklich nicht mit ihr geschätzt sie sah nachdem der putz vollendet ihr bild in einem spiegel an und dachte sich wo lebt der mann der nicht von soviel reiz geblendet vor mir die waffen müßte strecken sie stieg herauf zum kuppelsaal empor worin schon für das mal ein tischlein stand mit zwei gedecken sie hatte noch nicht lang geharrt als pünktlich zur gewohnten stunde der zaub reintrat und der starrt von soviel reichem schmuck im bunde mit soviel schönheit stehen blieb sie schritt tollzählig ihm entgegen als wäre sein besucher lieb und tat als obne seinetwegen sie so verlockend sich und prächtig gekleidet zögernd nahm er platz noch immer keines wortes mächtig freund sollte dich der gegensatz in meiner stimmung wunder nehmen begann sie lächelnd so vernimm ich mag mich jetzt nicht länger grämen denn das doch meines vaters grimm mein gatte seien totgefunden davon hast du mich überzeugt gesetzt auch daß ich tief gebeugt mit unheilbaren herzenswunden wie klarung wollte um ihn beständig er würde doch nicht mehr lebendig ich gönne ihm seine grabesrast und weil sich meine fesseln lösten bin ich entschlossen mich zu trösten und lade dich bei mir zu gast der zaub re bildete frohlockend sich ein gewonnen sei das spiel saß ich im geiste schon am ziel des künsten wunsches dankte stockend und setzte sich mit ihr zu tisch und wie dort zu ihm verführerisch und ihre blicke sich erhoben da schien es ihm und zweifelhaft sie habe sich in ihn vergafft und wollte sich mit ihm verloben ein üppig mal ward aufgetragen und eine sklavin reichte wein selbst schenkte die prinzessin ein goß unbemerkt ohne zagen das pulver in des gastes becher und sprach willst du mir frohen mut bereiten denn als wackerer zecher trink auf mein wohl dies rebenblut ja du geliebte du verehrte dies auf den wohl und unserem bund so rief er hochbeklügt und lehrte den becher aus bis auf den grund nach einem letzten kurzen schnaufen fiel er bewusstlos rücklings hin geholt von einer dienerin kam aladdin herbeigelaufen als petrolbote ihn umschlang sprach er begib dich auf dein zimmer denn mancherlei bleibt mir noch immer zu tun obwohl dir dies gelang nachdem sie sich entfernt verlor er keine zeit er riß der leiche das kleid auf zog die wunderreiche geraubte lampe draus hervor ließ das entzielte jammerbild fortschaffen von zwei starken knechten hinaus ins nächtige gefild damit die geier seien gedächten wenn sie es gelüsterte nach speise berief dann in gewohnter weise den geist und sagte bring sofort mein schloß an seine alte stelle noch nicht vollendet war das wort als schon der geist in windeseile mit fast unmerklichem vollzug das bauwerk durch die lüfte trug kapitel 15 von aladdin die wunderlampe von ludwig fulda diese librovox aufnahme ist in der public domain kapitel 15 der sultan der bis jetzt unendlich um seine tochter sich gegrämt war vor verwunderung wie gelähmt als morgens breit und gegenständlich zurückgekehrt zum alten platz das schloss zu ihm herüber grüßte der anblick bot ihm für verbüßte betrübnis reichlichen ersatz er ließ ein pferd sich sattelnd rabte zum schloss verfügte sich geschwind zu seinem lang entbärten kind und ihre zeitlichkeit erlaubte sein vaterherz dann wollte er wissen welch unglückselige verkettung sie damals plötzlich ihm entrissen und welchem umstand ihre rettung zu danken sei mit knappen strichen erzählte sie vom fürchterlichen schwarzkünstler der durch zaubermacht sie mit dem schloss entführt bei nacht wie von dem schändlichen bedrückt sie schon geglaubt ihm zu erliegen bis er im gartenes geglückt ließ gegenlist ihm ob zu siegen ihr vater war damit zufrieden und als nunmehr auch aladdin ins zimmer kam da zog er ihn an seine brust und sprach hiniden ist man dem irrtum ausgesetzt vergib mir wenn aus übereilung mein sohn ich blinding dich verletzt du brachtest mir ein schmerzenheilung indem du mir mein kind befreit und sie behütet hast vor schande dies danke ich dir für alle zeit gefeiert war dem ganzen lande die wiederkehr des jungen paars ihr glück verdüstete kein schatten doch nicht die letzte prüfung war's die beide zu bestehen hatten der zauberer nämlich der ein leben von großer zähigkeit besaß war durch das pulver aus dem fraß der geiermann im übergeben in wahrheit nur betäubt gewesen von seinem scheintot aufgewacht am nächsten tag und bald genesen er schwor von racheglut entfacht und vollgepfropft mit gift und geifer er wolle vor vergeltungseifer nicht rasten fürde und nicht rosten und drum begann zum dritten mal erschleunigst über berg und thal die reise nach dem fernen osten nach einem ganzen wanderjahr voll mühe trangsal und gefahr kaum in der hauptstadt angekommen war er nach einem neuen kniff umschau zu halten im begriff er hörte dort von einer frommen betagten wundertäterin erzählen die fatme hieß und sich mit schlicht erhabenem sinn der stillen andacht überließ in einer abgeschiedenen klause doch gassen die man ihm beschrieb schlicht zu ihrem kleinen hause bei dunkler nacht sind wie ein tipp trank in ihrem lichtzimmer weckte mit rumschüttelnden erschreckte hielt er ein dolffeuern sprach du sollst ihn zähl zugleich ablassen kommst du nicht meiner vorschrift nach sie mußte ihm ihre kleider lassen sowie den schleier und die haube nebst dem geweihten rosenkranz obwohl dem räuber sie sich ganz willfährig zeigte ja zum raube hilfreich sogar die hand im boot stach er sie vorsichtshalber tot sodann vor dem spiegel schor dem bat sich weg der halsabschneider warf sich in seines opfers kleider und als die sonne stieg empor trat verschleiert auf die gasse der eine sprach zum andern schau dort geht ein her die fromme frau und eine große menschenmasse umgab ihn ringsvoll dankgefühl und folgte segenswünsche hegend ihm nach bis des schlosses gegend als die prinzessin das gewühl vom kuppelsaal herunter lugend wahrnahm und obendrein erfuhr das aldersbunte volk der spur fatimens folgte deren tugend und heiligkeit ihr längst bekannt als der verehrung gegenstand nur als das vorbild frau massitten da dachte sie das ihr gezieme die frau zu sich heraufzubitten zu der vermeintlichen fatime kam ein bot in sie zu holen der zauberer nicht an seinem sieg mehr zweifelnd schmunzelte verstohlen als er mit ihr den saal erstieg und fing nachdem er ihn betreten mit solcher imbrunst anzubeten daß die prinzessin sich verneigte voll ehrer bietung da der schlimme sie ansprach mit verstellter stimme so wie hinter vielen schleiern zeigte sein glatt geschorenes gesicht erkannte ihn betrullbruder nicht und sprach lass mich die gunst begehren fatime das du dauernd weilst an unserem herd und gute lernen zum frommen wandeln mir erteilst der abgefeimte tücke bold erklärte gern sich einverstanden das war es ja was er gewollt ein stilles zimmer ist vorhanden im schloss fuhr die prinzessin fort mit ihrer glaubigen betonung und deiner andacht wirst du dort obliegen können ohne störung erst aber mögest du mir ehrlich gestehen wie dir das schloss gefällt der zaubere gab zur antwort schwerlich ist seinesgleichen auf der welt und dennoch trotz der raumverschwendung und dem geschmack der farbenwahl bedrückt mich das in diesem saal noch etwas mangelt zur vollendung was ist es scheinbar auf ihr drängen erwiderte der schuft verzeih von dieser kuppel müsse ein ei des vogels rocher runterhängen sie fragte wo man das wohl fände der zauberer drauf gewaltig groß ist dieser roch und niste bloß auf spitzen schroffer bergeswände sie dankte für den rat und führte die falsche heilige noch immer nichts ahnend selber auf ihr zimmer zum saal zurückgekehrt verspürte nun die prinzessin an der angel des zauberers haftend jenem mangel den nie zuvor sie wahrgenommen als aladdin von einem ritt heimkommend ihr entgegenschritt war sie so verwunderlich beklommen dass er sie fragte nach dem grund sie mußte ihm ihr gelüst enthüllen und er sobald ihr wunsch im kund gab ihr sein wort ihn zu erfüllen er ging alsbald in sein gemach und rieb die lampe die verschlossen jetzt stand in einem sicheren fach nachdem der geist emporgeschossen sprach er dich wiederum zu sputen befähle ich dir es fehlt uns noch im saal des ei des vogels roch verschaff mir's binnen drei minuten kaum war das wort entflohn der fing der geist zu furchtbaren zu dröhnen zu schreien zu wimmern und zu stöhnen das hören ihm und sehn verging und zitternd er zu boden sank elender brüllte mit gepolter terese spannst du mich zum dank für meinen frondienst auf die folter befühlt ich soll auf meinen schwingen als deckenschmuck für seinen saal dir meinen eigenen vater bringen sei froh wenn nicht mein donnerstrahl dich und dein schloß zur asche wandelt ich weiß zu deinem glück du hast nicht aus dir selbst zugehandelt dein todfeind walt dir zu gast er ward nicht von dir umgebracht nein kam ins land um sich zu rächen er gatterte durch ein verbrechen der heiligen fatime tracht und deine frau von ihm umgarnt trieb zu dem schändlichen befehle dich arglos an drum sei gewarnt er will der meuchlings an die kehle sprach's und verschwand sofort verfügte sich aladdin zurück zum saal wo seine gattin sich vergnügte mit einem beispiel und befahl man mög ihm gleich fatime holen semmi gegrüßt rief aladdin als der vermummte feind erschien denn warm hat man dich mir empfohlen geb frau mein frau mir deinen segen der zauberer kam ihm sacht entgegen als er bemerkte wie der strolch ein messer unter seinem kleide heimlich herauszure aus der scheide schnell griff er seinen eignen dolch um borte dessen scharfes erz und um schurken mitten in das herz von seinem blute ward im saal der boden rings umher gerötet wehe was begingst du mein gemahl du hast die heilige getötet schrie betrulbudur sich verfärbend er aber sprach voll seelenruh nein liebe gattin komm herzu hätt ich gesäumt so lege sterbend ich selber hier denn dieser tote bekam den lohn der ihm gebührt er kennt ihn der dich einst entführt und jetzt mit welchem mord mir drohte so hat wie glücklich unser held sich das verfolg aus nun entledigt der ihm beharrlich nachgestellt und ward vom schicksal reich entschädigt für allen ausgestandenen harm in der geliebten tochter arm entschlief im hohen kreisenalter der sultan und sein schwiegersohn mit seiner frau stieg als verwalter des weiten reiches auf den thron sie herrschten als beglückte leute umringt von kind und kindeskind und wenn sie nicht gestorben sind so leben sie gewiss noch heute die wunderlampe von